Und dann Moinzen, hier zu diesem Video nochmal, Podcast-Stil, VfB-News und so weiter quasi, wie ihr es kennt, nochmal hier kurz vor knapp, vor unserem Bayern-Spiel, vor dem absoluten Kracher-Spiel. Hier mit drin ist Leverkusen, hier mit drin ist der absolute Champions-League-Hype, nachdem das Ding jetzt fix ist und natürlich Vorbericht oder Ausblick auf das Spiel gegen die Bayern. Wie ihr schon letztes Mal gesagt, es gibt noch ein paar andere Themen, werde auch zum Beispiel das Thema Schiedsrichter oder sowas jetzt nicht so riesig ansprechen bei Leverkusen, das hatte ich eigentlich woanders geplant. Ticketing auch, Transfergerüchte, auch die großen Namen, Undaf, Hoeneß, Gerasi, dies, das, überall steht ein Doc drin, irgendwelchen Docs drin, Word-Dokumenten drin, aber die Zeit ist halt einfach nicht da. Auch hier war die Zeit eigentlich nicht da, wenn ich ganz ehrlich bin, ich nehme sie mir halt in Zeiten, wo ich sage mal, beispielsweise andere Leute schlafen, aber das ist dann auch meine Wahl, da gehe ich jetzt mal mit durch, weil es irgendwie auch mein, keine Ahnung, mein Ehrgeiz ist oder meine fast Erwartungshaltung an mich selber auch, dass ich noch was bringe und eben gerade auch vor so einem Spiel wie irgendwie Bayern. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie ein Auswärtsspiel in Darmstadt übertrieben, gesagt, beispielsweise hier, redest du mir so ein bisschen vor der Seele, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, egal, oder jetzt vor jetzt ein, zwei, drei Wochen da mit dem Bremen-Spiel kam ja auch nichts explizit von mir, und eben der Vorbericht zusammen, der Talk mit Nico, so als Ding, auch schon vor Leverkusen kam ja das eine Video noch, aber jetzt auch vor den Bayern, so, da muss ja was kommen, da muss ein bisschen was Längeres kommen, als eine Insta-Story von wegen, ey, ich habe voll Bock auf das Spiel morgen, so. Da muss ein bisschen mehr kommen. Ich arbeite hier meine, schon ein paar Sachen ab, nicht alle, wie gesagt, aber die wichtigsten Sachen auf jeden Fall ab, die aktuellsten Sachen ab, Leverkusen, Champions League, Bayern, gehen wir rein mit Part 1 mit Leverkusen. Und bei Leverkusen, wie bei den meisten Spielen, wie bei allen Spielen quasi, auch wie immer hier der Disclaimer, sag ich mal, da sind ja schon Videos online, ne, da ist das Spielfazit online, direkt nach dem Spielende schon, plus dann auch ein paar Stunden später danach auch die Stream-Highlights, da hat mir auch das, die, die zwei, drei Schnitte quasi vor dem Intro sehr gut gefallen, ne, mit der Schwarz-Magie und sowas und äh, äh, kann nicht sein und sowas, ähm, deswegen, da ist schon sehr viel inhaltlich drin, natürlich im Spielfazit in den Stream-Highlights, deswegen gehe ich auf ein paar Themen ein, aber jetzt nicht ganz, ganz tief, kein Deep-Dive oder sowas, ähm, da sowieso, Thema Videos sind schon, ähm, ja, neuer Rekord, neuer Live, Zuschauer-Rekord, konnte ich jetzt während dem Stream nicht so krass feiern, hab mich nicht so krass interessiert, sag ich mal, hab mich wahrgenommen 100%, aber das konnte ich nicht so krass feiern, so direkt im, im Affekt oder, ja, mit der Wirkung vom 2-2 noch, deswegen an der Stelle nochmal ein bisschen mehr Danke, 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 das waren jetzt, ja, am Anfang waren es, glaube ich, 668, die angezeigt wurden, jetzt nach, nach Verarbeitung, Analytics, dies, das, waren es 655 am höchsten Punkt, das ist ein paar, ein paar mehr, glaube ich, irgendwie 20 Leute mehr oder sowas als damals im, äh, ja, Watch-Along-Reaction-Stream auf die Auslosung von der WM tatsächlich, also ganz vorgewillt, aber vielen, vielen Dank dafür, weil allein, wenn man sich sowas wieder räumlich vorstellt, das, das ist crazy, Junge, 650 Leute räumlich vor, die dir das angucken, das ist komplett wild, das ist komplett wild, auch, ich glaube, 8000 quasi, ähm, ja, einzelne Zuschauer, die irgendwann mal eingeschalten haben und sowas, 8000 Leute, ist ja nochmal bescheuert, dass sich sowas vorzustellen, äh, das auf jeden Fall auch hier an der Stelle, wo ich jetzt mal drauf eingegangen bin, ey, Videos wünschen online, dann eben auch dann zu den Streams oder zu dem Stream, auf dem ja dann die Videos basiert haben, ähm, hier das, das Hoeneß-Foto hat natürlich seine Runde gemacht, ne, wie er so Hände am Kopf, Hände aus einer Kappe, äh, ja, komplett fassungslosen Blick, legendär fassungslosen Blick fast, äh, auf der Bank da sitzt, ähm, na, 2 zu 2 am Ende des Tages, doch dann nur in Leverkusen, ähm, wie gesagt, ganz kurz vielleicht zum Schiri, jetzt nicht so ausführlich oder sowas, ja, Grund, ein Grundthema für mich, hat man ja auch schon bei Bremen so ein bisschen ein paar Szenen, bei Leverkusen einiges sehen, generell ist ja nicht nur wir, auch jetzt wieder heute Abend oder gestern Abend quasi, mit Pauli und Hamburg und sowas, also, das ist ein Dauerthema, Schiri, Videobeweis, dies, das, deswegen, das wollte ich mal in ein extra Video eigentlich mit reinpacken, ähm, aber Höhen ist ja auch die geile Aussage getätigt, leider waren es nur die Spieler, die gut waren, ähm, da haben wir natürlich ein paar Szenen gehabt, unter anderem, und darf diese eine Szene, ne, wo es, wo er, wo er quasi seinen Arsch rausstreckt, aber sonst nichts passiert, außer dass halt der Gegenspieler, weiß gar nicht, wer genau so war, der Leverkusener, ihn drangsaliert, doof gesagt, halt irgendwie, der ganze Zeit nur nervt, schuckt, zweimal schuckt, da steht halt nichts Besseres zu tun und da fällt nichts Besseres ein, als beiden Gelb zu geben, so eine komplette 0815-Lösung, komplett billig, ähm, das war auch schon ein bisschen, ja, sinnbildlich, dasselbe ja auch bei den Trainern, da war er genauso albern, den beiden Gelb zu zeigen, so eine, so eine, so eine Aktion nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tun soll, deswegen, lieber mal irgendwie, ich mach mal irgendwas und, ja, quasi Urteile bei beiden gleich, obwohl, das hier bei Undaf zum Beispiel, also, das ist auch für mich kein Rot, was er Leverkusener macht, so, ist kein Rot für mich, aber dann ist es halt auf jeden Fall auch kein Gelb für Undaf, so, du kannst nicht, Undaf und Leverkusener, und dem Leverkusener Typ, kannst du nicht Undaf für so eine, für eine, oder eine Dreiviertel, eine halbe Aktion gelb geben, und Leverkusener für zweieinhalb, drei Aktionen, ähm, ja, in der Aktion, ne, Taten in der Aktion, sag ich mal, ähm, dieselbe Karte geben, so, entweder, für mich wäre die Lösung gewesen, du gibst Undaf gar nichts, also im Leverkusener Gelb, aber wenn du beiden Gelb gibst, dann musst du, wenn du sagst, ey, das von Undaf ist schon Gelb, dann musst du Leverkusener Rot geben, so, also, das ist wieder linien, linienmäßig, ähm, fand auch da wieder, das gesamte Spiel gesehen, wie auch schon im Pokal damals, muss eigentlich ein Leverkusener fliegen, über 90 Minuten gesehen, ist nicht passiert, ähm, ja, 2-2, wie gesagt, haben wir schon oft genug drüber, äh, gelabert und sowas, ähm, auch im Stream schon direkt, für mich ist das ein irreguläres Tor, ganz simpel, dieser Stoß da von, von, äh, von, von, von Bonifaz, genau, ähm, an, an Roob, das ist halt, ja, absolut ausreichend, um es abzupfeifen, das ist absolut genug, er kommt damit nicht in den Kopf, weil, er kommt damit nicht in irgendwelche Folgeszenen, können mich auch alle mal kreuzweise mit diesem dummen Vergleich, einfach wegen, ja, wenn du das abpfeifst, dann musst du das Underf-Tor auch abpfeifen, nee, nee, das sind zwei verschiedene Situationen, ein Underf ist ganz normaler Zweikampf am Boden mit dem Gegner quasi, oder mit, mit Fuß am Boden, versteht, was ich meine, mit Andrich, ähm, da auch dazu, auch ein Andrich ist ja auch sofort recht fair und sagt, jo, nehm ich hin, ist ein Foul, beschwert sich nicht, kein gar nichts, da gab es auch null Tamtam nach dem Spiel drumherum oder sowas, weil es hätte ja auch jedem Leverkusener freistehen können, zu sagen, jo, ne, wie Hüls jetzt gesagt hat, 2-2 zählt nicht, wenn Leverkusener gefragt wird, ein Offizieller gefragt wird, ey, was sagst du zu 2-2, ja, schwierig, aber wir haben auch eine Underf-Szene, wäre mir jetzt neu, dass das irgendwer gesagt hätte, deswegen die Szene hat auch keine Aufmerksamkeit eigentlich großartig bekommen, das ist ein Zweikampf, das ist ja auch ein großer Unterschied, das ist ein Zweikampf zwischen Underf und Andrich, den Andrich dann eben verliert, vielleicht pfeift das irgendein Schiri ab, gebe ich euch, kann sein, dass das irgendein Schiri für Welt das Ding abpfeift, aber das Ding mit Ruho und Bonifaz ist halt da schon der erste Unterschied, kein Zweikampf, das ist kein Zweikampf, das sind einfach nur zwei Arme volle Absicht und volle Priorität auf Ruho, statt auf den Ball von Bonifaz nur in Ruho rein, das ist kein Zweikampf, Ruho macht da nichts, er wird einfach nur weggestoßen, plus er ist nicht auf dem Boden, er ist nicht auf dem Boden, keine Fußhaftigkeit auf dem Boden, kein gar nichts, mitten in der Luft, und da ist ja auch klar, in der Luft ist ein Zeug auch noch mal ein bisschen anders zu bewerten, kleinere Geschichten quasi schon mit mehr Auswirkungen, was jetzt irgendwie, ja, Flugbahn angeht, oder, ja, wie sind die Körper bewegten, so Geschichten, das kannst du nicht vergleichen, die beiden Szenen, das bin ich schon viel zu lange oder viel zu tief in das Thema Schiri rein, was ich eigentlich fast ein anderes Video auskoppeln wollte, aber jetzt sind wir hier, aber das 2-2 ist für mich absolut diskutabel, wenn nicht, wie gesagt, absolut irregulär eigentlich, natürlich, aber der Fehler beginnt ja schon davor, dass das Ding stehen bleibt, und dass das sich keiner anschaut, er geht nicht raus, es wirkte nicht so, als käme irgendwie großen Signale, oder würde groß was checken an dem Tor, und das ist halt der absolute Vollwahnsinn, und so muss man ja nicht sagen, was das 2-2 angeht, zumindest am Ende des Tages, hat uns genervt und sowas, hat uns geärgert, also die Szene vom 2-2, aber wir hatten ja keinen Einfluss drauf, die einzigen, die Einfluss hatten, waren die auf dem Platz, waren die Jungs im Kölner Keller und so weiter, da war nie irgendwie ein Einfluss, den wir darauf haben konnten, und das nervt natürlich noch so ein bisschen mit der Meisten dann noch, so nach dem Motto, Leverkusen entschlagt bei der DFB hingegen nicht, das war so ein bisschen die Haltung, sage ich mal, von vielen nach dem Spiel, und auf einmal mit einem geilen Interview, hat den Mourinho gemacht, I prefer not to speak und sowas, nach dem Motto, wenn ich jetzt, alles was ich jetzt sage, könnte schwierig werden, ist für den Glassis lieber, absolut Football-Heritage von Mourinho, auch geile, geile Aktion, und da generell wieder ein gutes Interview gemacht, mit diesem, wie heißt es hier, Archie genau, der ist ja auch berühmt, quasi für seine Outfits und sowas, aber eben auch vor allem für seine Top-Interviews für ESPN auf Englisch, auf jeden Fall sehr, sehr geil, und ja, das kommt auch dazu, will ich gar nicht so tief reingehen, aber irgendwie auch doch, versteht, was ich meine, so Thema Leverkusen, ja, kassier von mir aus irgendwo anders, ich habe jetzt kein Beispiel für einen, aber kassier von mir aus irgendwo anders, das ist 2-2 Last Minute, oder Spiel gegen einen Gegner, der ungeschlagen ist und dies, das, der halt nicht Leverkusen heißt, weil es irgendwie kann, da ist für mich null Aura, da ist für mich null irgendwie, boah, geil, dass die in der Liga sind oder sowas, da ist natürlich auch die Thematik mit 50-plus-1-Umgehungen und so Geschichten, dass die zum Beispiel auch eben, da muss ich auch mal von dem Ding ausgehen, über was wir hier reden, es sind 2-2 beim Tabellenführer, der schon Meister ist, der ungeschlagen ist, der es gefühlt noch drei Spiele braucht, damit er über komplett alle Wettbewerbe ungeschlagen bleibt, Europa League holt, Pokal holt, Liga holt, komplett gestört, also das war ja ganz klar, dazu fährst du zu den Auswärts, sie haben ein Heimspiel, Leverkusen war der glasklare Favorit, so, und dann eben auch, Thema Kader hat sie auch angebracht, Leverkusen bringt mal kurz einen Würzl und einen Bonifaz, wir bringen Jong und Dahoud, nichts explizit gegen Jong und Dahoud, aber da sind auch finanziell ganz andere Geschichten hinter, und ja, das ist eine Wahnsinnsleistung, dass du gegen die dreimal komplett auf Augenhöhe warst, Leverkusen ist in jedes Spiel als Favorit reingegangen, und du warst dreimal auf absoluter Augenhöhe, das wäre für mich eigentlich auch wer ist ein verdienter Sieg geworden, dann in Leverkusen, muss ich so sagen, auch da wieder, das ist auch noch am Rand, boxstarker Support, boxstarker Auswärtssupport von den VfB-Fans in Leverkusen auf dem Samstagabend, richtig stark Auswärtsspiel, ja, muss ich auch da sagen, ich habe das hier als Beispiel mal ein, der sehr positiv war, ein Leverkusen-Fan hier auf Twitter, dass du halt da zumindest auch so außerhalb vom Platz und so, und außerhalb von Emotionen sehr viel Wertschätzung gesehen hast, und Alonso feiert den VfB, ich glaube, Hoeneß hat Leverkusen oft gelobt, dass da einfach gegenseitiger, ja, Respekt da ist in so Geschichten, weil das ist mir auch aufgefallen, und da habe ich vielleicht auch hier und da mal, ein, zwei Mal zu oft geantwortet in den Kommentaren oder so, aber es waren auch schon fucking nervige Leverkusen-Fans dabei, also holy shit, das ist überall so, das Ganze vorausgeschickt, es gibt überall maximal nervige Fans, auch bei uns beim VfB gibt es 100% maximal nervige Fans in den Bubbles auf Twitter oder whatever, hier ist in dem Beispiel zum Beispiel YouTube, aber was da in den Kommentaren los war, eben auch zu der Szene mit dem 2-2, zu der Thematik Ungeschlagen, zur Thematik Leverkusen generell, wie ich es ja auch gerade so ein bisschen schon angestoßen habe, das war schon teilweise sehr nervig und sehr penetrant, und da, also in dem Vergleich, in dem, was ich bewerten kann, quasi mein Horizont, mein, ja, mein, das, wo ich quasi fast studiemäßig was machen kann, ist halt mein Kanal und wie andere Gäste-Fans sich da verhalten und wie andere Gäste-Fans kommentieren und ja, je nach Ergebnis in den Kommentaren und so weiter, und da waren die Leverkusen-Fans, diese Saison, für mich, nach meiner Wahrnehmung, 100% die nervigsten und penetrantesten Fans, die ich bisher auf dem Kanal hatte, unter meinen Videos zu einem Spiel, zu 100%, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber wie gesagt, die gibt es überall und ich habe ja gerade zum Beispiel auch einen positiven rausgehoben, ähm, das gibt es überall, ähm, und ja, zum Spiel, wie gesagt, Leverkusen holt halt den Punkt dann auch am Ende mit dem 2-2, also zum Spiel aus Sicht Leverkusen oder mit Blick auf Leverkusen, ähm, muss man auch sagen, nach Dortmund wieder Last-Minute gebraucht halt, ne, kann man uns auch positiv auslegen, dass wir es halt wieder bis zum Ende gebraucht haben, dass sie nicht gut genug waren eigentlich, bis halt Last-Second, ne, ähm, zum Club, wie gesagt, gerade schon ein bisschen angestoßen, ja, da ist halt für mich auch wenig Aura in der Hinsicht von wegen, für die freue ich mich großartig mit, das ist halt irgendwie einfach nicht groß vorhanden, so Alonso hält das Ding in meiner, also nach meiner Meinung und nach meiner Gefühlslage Auffassung, hält Alonso diesen Schuppen da in Sachen, boah, guck mal auf Leverkusen, guck mal wie krass, hält Alonso das Ding komplett am Leben, rein was das Sympathische angeht, wenn da ein Alonso nicht auf der Bank hockt, sondern irgendwer anders, der nicht so, nicht so, nicht so, Aura, Charisma, Wirkung, Standing wie ein Alonso hat, dann gucken wir auch andere ein bisschen anders auf Leverkusen, ähm, also da, da, da hängt viel von Alonso ab, dass die gerade so dermaßen hoch, äh, hoch gejubelt werden, also neben den Ergebnissen, wie gesagt, rein von dem wie Leverkusen gesehen wird, sympathisch gesehen wird, wie auch immer gefeiert wird und sowas, da hilft Alonso schon extrem, wenn der weg ist, haben die, glaube ich, auch wieder image-mäßig ein bisschen mehr Probleme, was das angeht, wie gesagt, auch das, was das Glück angeht, also da auch so ein Thema, was ich auch nochmal ansprechen wollte, was ich hier als Notiz noch mit drin habe, ähm, dieses Thema von immer Glück ist auch können und sowas, last minute 16 Mal, oder was es da jetzt genau waren, geht mir nur noch auf die Eier, es geht mir nur noch auf die Eier, es ist schön, sich mit diesem Spruch alles schön reden zu können, immer Glück ist auch können, bla bla bla, nein, immer Glück ist dann halt einfach auch ein paar Mal von dem immer Glück einfach nur Glück, und nichts anderes, so, das kannst du mir nicht mehr erzählen, was da abgeht, deswegen auch da bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, im Stream schon ein bisschen angepisst gesagt, äh, aber die Haltung habe ich auch, ähm, weil ich auch so ein bisschen, ja, vielleicht gehen wir in Richtung Karma oder in Richtung, ja, aussieglich eine Gerechtigkeit eher noch als Karma, ähm, weil, was die diese Saison an Spielverläufen für sich haben, was die an Last-Minute-Toren für sich haben, und so weiter und so fort, bin ich sehr gespannt, weil die hier eigentlich wirklich, wie gesagt, Spielverläufe, Glück, dies, das, wie auch immer man es nennen will, oft, 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 verdientes Glück, erspieltes Glück, ne, verstehe mich auch da nicht falsch, aber in der Summe schon ein paar Mal mehr Glück, als wirklich auch verdient ist, und da, da spielen die hier Sachen weg, und verspielen die sich hier Sachen eigentlich für die nächsten zehn Saisons, also, nächste Saison, die nächsten zwei, drei Saisons, darf eigentlich praktisch gefühlt nichts mehr für die laufen, was es angeht, was Schiri-Entscheidungen angeht, was Spielverläufe angeht, was Lars-Millet-Tore angeht, wie die auch entstehen, unser Tor, war erst mal ein faules 2-2, nach meiner Auffassung, aber auch wieder, dass der Ball halt dann auch perfekt vor so einen Antrich prallt, irgendwie, was weiß ich, was es da war, zehn Meter vorm Tor, vielleicht sogar weniger, und der das Ding dann auch noch quasi irgendwie nicht richtig trifft, und dann noch von Gerasi, glaube ich, abgefälscht, das Ding reinfliegt, das ist dann auch komplett, komplett blem blem, dass es so auch noch gefallen ist, das 2-2, also, ich glaube, ich verstehe, was ich meine, also was die hier sich gerade aufbauen, und sie für eine Saison spielen, da darf gefühlt die nächsten drei Saisons absolut nichts mehr für die laufen, also das ist echt komplett, komplett verrückt, und ich glaube, so kann ich es auch mir so ein bisschen zusammenfassen, sag ich mal, ist ganz simpel, der Blick mittlerweile, da kann man, ob es hier noch irgendwelche Leverkusen-Fans groß am Start sind, ich glaube nicht mehr, ich glaube, es war eher auf die Videos bezogen, direkt nach dem Spiel dann eben, und auch so ein bisschen nochmal, ja, reinzukicken, reinzutreten oder sowas, als Leverkusen-Fan ist ja auch in Ordnung, es ist auch der Fußball am Ende des Tages, aber für mich runtergebrochen, es ist ganz simpel, der Erfolg und die Titel sind in Summe absolut verdient, was mir noch auf den Sack geht, und was mir auch grundsätzlich auf den Sack geht, ich möchte, dass das keine Mannschaft jemals schafft, so hart bin ich da, aber wir, Erfolg und Titel sind verdient, das Ungeschlagene ist es aber absolut nicht mehr, das ist das, worauf ich hier, glaube ich, am Ende des Tages vor allem hinaus will, das ist halt absolut nicht mehr verdient, und wir haben auch das weitergesponnen, ich glaube auch nicht, dass das irgendwer aktiv will, oder vielleicht auch noch nicht, vielleicht will er es, oder wie auch immer, und merkt dann später, dass man das eigentlich nicht hätte wollen sollen, so rum, weil, wenn die jetzt wirklich eine Saison durchspielen, mit ungeschlagenem Meister, ungeschlagenem Europa-League, ungeschlagenem Pokal, wirklich komplett eine geisteskranke Saison, was das angeht, da hast du noch einen Arsenal zum Beispiel, da von, was war es, 2003, 2004, oder was es da war, das erzählen die dir heute noch, das erzählen die jetzt noch 20 Jahre später, wie geil das war, dass sie da ungeschlagen Liga gewonnen haben, und kein anderer hat es geschafft, und es ist die beste Saison aller Zeiten, und pipapo, obwohl ich glaube, damals auch, was weiß ich, ja, ich habe es zumindest im Kopf, dass sie damals, glaube ich, auf jeden Fall extrem viele Unentschieden hatten, also auch, nur wenn du ungeschlagen bist, ist ja nicht gleichzeitig die geilste Saison aller Zeiten, Man City oder Liverpool mit ihren 97, 98 Punkten ist da für mich spektakulärer, ganz doof gesagt, wenn du jetzt hier 34 Punkte holst, jedes Spiel Unentschieden spielst, hast du auch einen winzlige Saison, aber kannst du dir davon gar nichts kaufen, wie gesagt, so ist es bei Leverkusen nicht, wie gesagt, das ist komplett hoch verdient, aber ich möchte, ich glaube, daraufhin hinaus, ich möchte, ich möchte es keinem gönnen, dass er diesen scheiß, ungeschlagenen Stempel für sich hat, weil du wirst, auf Englisch auch hier wieder Arsenal, you'll never hear the end of it, du wirst das nie wieder, das ist nie wieder vorbei, du hörst das die nächsten 100 Jahre, jedes Argument, jede Diskussion über irgendwas und hier und da, kann Leverkusen jedes Mal aufs Neue bringen, wir haben da auch eine ungeschlagene Saison gespielt, da habe ich jetzt schon Psychose vor, da habe ich jetzt schon absolut keinen Bock drauf, dass es irgendein Verein jemals hat, eine ungeschlagene Saison jedes Mal aufs Neue einfach mal random reinzuwerfen in den Raum und das will ich nicht und wie gesagt, hier auch wieder ein bisschen runtergekommen, ein bisschen faktischer, wie auch immer, finde ich jetzt über die Spieltage, über die ganze Saison, es war ja auch schon Karabak nah dran und whatever, ist es auch für mich schlicht und ergreifend nicht mehr verdient, es ist sportlich nicht mehr verdient, dass die bisher ungeschlagen sind, darauf will ich glaube ich hinaus und ich bin sehr gespannt drauf, kann man später in den Tipps auch zu, also sehr viel später sage ich mal in den Tipps zu, im Bayern-Part am Schluss dann, bin mal gespannt, Sonntag Frankfurt, so ein bisschen Angstgegner-mäßig, ein bisschen hoch und runter, so entweder, also entweder Frankfurt schlachtet Leverkusen ab oder Leverkusen schlachtet Frankfurt ab, so ist es vom Gefühl her, also hoch und runter, ohne Alonso am Rand, am Spielfeldrand, bin ich gespannt, ob da vielleicht sogar was gehen könnte, was dieses ungeschlagene Ding angepasst, wie gesagt, die sollen Meister werden, es ist hoch verdient, es ist hoch verdient, mit Applaus, hoch verdient, aber bitte verliert noch irgendwas, verliert noch Frankfurt, verliert noch, was kommt noch, Augsburg-Bochum, Bochum-Augst, ich glaube so rum, ne, und auch das habe ich auch noch ein paar Tweets dazu rausgeholt, wie immer hier alles vor mir in Chronologie gepackt in meinen, in meinen Tabs hier, dass mir auch dieses Hochgeheime generell ein bisschen nervt, glaube ich, das ist, ich glaube da bin ich auch nicht der Einzige, es geht einfach komplett, nervt einfach komplett, wie die Medien sich auch daran komplett aufgeilen, auch so ein Fabrizio Romano jedes Mal aufs Neue, Alonso, so viele Punkte, so viele Punkte, so viele Punkte, da, die, muss man auch so mal so rumdrehen, auch die tun Leverkusen damit absolut keinen Gefallen, die tun Leverkusen damit absolut keinen Gefallen, dass die, dass sie hier wirklich alle fünf Minuten irgendwas wieder in Ekstase über die schreiben müssen, das finde ich auch manchmal wirklich einfach nervig mittlerweile, ähm, so, und, ja, deswegen, ich glaube, das braucht kein Mensch in der kranken Ausform, wie es jetzt aktuell ist, also kein Mensch außer den Leverkusenern. Gehen wir nochmal zurück auf das Spiel, auch da natürlich, gibt es natürlich nicht nur Schiri-Entscheidungen und sowas, auch das wird schon im Stream-Hall jetzt angesprochen, im Stream selber natürlich angesprochen, im Spielfazit auch, so ein paar Szenen, Stenzel zum Beispiel, auch schon im Stream gesagt, kann den Ball einfach wegkloppen, kloppt das Ding irgendwo hin und dann ist da auch erstmal gut mit, kloppt das Ding einfach irgendwo hin und dann steht da auch kein Freischuss mehr draus, ist auch da ein bisschen selber schuld in der Szene, ein Gerasi hat einen Tag erwischt, den er normalerweise auch nicht erwischt, eine Szene, wo Radetziges Ding krass hält, nochmal eine Szene, wo er quasi genau dieselbe Situation bekommt, wie er in Dortmund hatte, Dortmund dann quasi mit Hilfe von Kobel in den Knick, da so ein lascher Abschluss, der Gerasi hat ja auf jeden Fall einen machen müssen, auch die eine Auktion, die quasi rausgespielt hat, wie bei Union auswärts, auch der ist normalerweise drin, also normalerweise macht Gerasi einen von diesen drei, vielleicht sogar vier Topchancen und dann stets, weil so war es auch, habe man im Sportstudio nochmal die Heide zu sowas angeschaut und auch nochmal so runterzukommen und klar, mit dem klaren Kopf das Spiel nochmal anzugucken, ein paar Stunden danach, wir waren auf, also unsere Phase nah am 1 zu 3 war länger als die Phase von Leverkusen nah an einem 2 zu 2, im Normalfall machst du es, ich glaube die eine Gerasi-Chance war auch recht schnell sogar nach dem 1 zu 2, also nach dem Anschlusstreffer, wenn du es da machst, 1 zu 3 ist vermutlich vorbei, hättest auch selber einen Sack zumachen können, absolut, das bleibt auch so, das bleibt auch ein Kritikpunkt, aber natürlich stand die Schiri-Leistung so ein bisschen im Fokus, aber jetzt drehen wir es auf unsere Leistung, auf unsere Spieler, jeder Einzelne ist an seine Grenzen gegangen, hat Hoeneß auch schon gesagt, hier wäre auch ein Hübel hervorzuheben, auch bei uns bei meinem VfB, durfte ich ihn zum Ende auf der Matchküre mit einer glatten 1, diese eine Doppelparade, wo auch hier Matthäus, feiere ich ja sowieso, sage ich es mal aufs Neue, feiere ich als als Top-Spiel-Kommentator, auch gesagt hat, erste Parade ist Weltklasse, zweite Parade ist super Weltklasse, also absolut geil, so einen hinten drin zu haben, eben auch die nächsten Jahre hinten drin zu haben und zeige ihm auch nochmal, auch das, wie dieser VfB, diese Truppe mit Rückschlägen umgeht, ist brutal stark und das ist ja auch das Schöne, man konnte ja schon oder ich bin ja schon so selbstlos reingegangen, habe gesagt, jo, natürlich werden die besser sein, so, jetzt kommt mir nicht und flennt mir nicht nach Bremen blöd rum, die werden in Leverkusen ein Top-Spiel abliefern, das wusste ich fest in mir drin und das kam auch so, weil diese Truppe kann das, mit Rückschlägen umgehen, Bock, Bock stark, auch das muss man mal vorheben, das ist nicht natürlich, in Leverkusen 2-2 zu spielen, wie gesagt, das ist hier ungeschlagen, ich weiß gar nicht, wie viele da in Leverkusen noch gepunktet haben, 3-0 aufs Maul bekommen, Dortmund sich glaube ich zum 1-1 gebunkert, Glattbach zum 0-0 gebunkert, sonst fällt mir gerade gar nicht ein, ob da irgendwer noch einen Punkt geholt hat, das ist richtig stark, das ist richtig, richtig stark, war natürlich, ne, auch das wieder, it's the hope that kills you, so, so ein bisschen, war auch da, vielleicht war es sogar ein bisschen zu viel gutes Gefühl, was ich hatte, rund ums Spiel oder auch im Spiel dann selber, ähm, weil ich hatte halt wirklich das Gefühl vor dem Spiel, das wird richtig gut, hatte, war auch richtig auf Lade und richtig auf Stimmung, ähm, und ich hatte auch wirklich trotz der Stenzeseen, natürlich habe ich mir gedacht, oh, fuck, letzte Aktion, boah, der Freistoß hätte nicht sein müssen, ne, dies, das, ähm, auch das nochmal, kurz zur Vorstellung, zur Skidreelentscheidung, wo wir beim Freistoß nochmal sind, ja, Stenzefaul ist ein bisschen lasch, aber Schiri, ja, Schiri-Linie war so völlig willkürlich und durcheinander, dann pfeift das halt, sehe ich jetzt nicht so als Kritikpunkt, Nachspielzeit sehe ich auch, sehe ich auch eine Nachspielzeit, was die Minuten angeht, ähm, und Handspiel war es auch keins, nach der aktuellen Regel sowieso nicht, ne, Hauptszene ist das 2 zu 2, äh, eben im Nachgang an diese Bonifaz- und Ruhr-Szene, aber jetzt zurück dazu, er hat wirklich das Gefühl, auch wenn das Ding natürlich nochmal reingeflogen kommt, dann, ich wusste, letzte Aktion, letzter Freistoß, du weißt genau, das wäre jetzt so eine Szene, wo lieber Kussens Tor macht und wie auch immer, aber irgendwas eben drin hat, ich gesagt, nee, diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht und es kam trotzdem, deswegen, das tat auch, deswegen war es auch danach so ein bisschen leer, weil du hättest halt geschafft, wie gesagt, für mich ist das ein großes Thema, ich glaube für andere auch und generell natürlich ein Lieferkursen-Gewinn, aber auch eben mit dem Zusatz, du bist die Mannschaft, die denen das 1 zu 2 oder damit eben die ungeschlagene Serie genommen hat, du warst dreimal so sackrisch nah dran, das tat halt danach natürlich ein bisschen weh, aber auch da wieder Zusammenhalt, ne, mit Rückschlägen umgehen, geiles Zeichen, dieser gebildete Kreis, ähm, nach dem Spiel gibt es auch geile Fotos von quasi der Kreis vorne von der Mannschaft, dahinter das Stuttgart-International, ähm, ja, Banner von den Ultras, von den Fans sehen, sehr, sehr geil, ähm, und, ja, auch hier Kicker und sowas schreiben es auch, wenn jemand den Sieg verdient hätte, dann wäre es, äh, der erste VfB gewesen, ähm, ja, Hoeneß hat auch gesagt, wir hätten es heute verdient gehabt, da gehe ich auch vollkommen mit, sondern insgesamt ein sehr gutes Fußballspiel mit guten Spielerleistungen und das nochmal, ne, das waren wahrscheinlich mit die drei besten Saisonspiele, die wir hatten, in der Bundesliga, in Deutschland, die drei Paarungen, Stuttgart-Leverkusen, Leverkusen, Stuttgart, Anton mit einem Instagram-Post, unter anderem, unglaublich stolz auf diese Mannschaft, geht voran als Kapitän, Nroo mit seinem Comeback, hat auch gesagt, ne, ist glücklich, dass er zurück ist mit seinem Comeback, aber unfaires Ende, ähm, also auch da, ich glaube, der Tenor, äh, ziemlich, ziemlich klar, ich finde es auch da gut, wie offen die Jungs gesprochen haben, Hoeneß gesprochen hat, ja, die Spieler gesprochen haben, finde ich sehr, sehr angenehm, wie offen die da alle waren oder auch ihre Meinung freie Schnauze rausgebracht haben, ähm, und, äh, auch hier nochmal, wo wir gerade bei Hoeneß sind, wo wir vorhin bei Leverkusen waren, wie gesagt, Alonso macht da einen wahnsinns Job, geiler Typ, ich sage, Alonso ist der Einzige, der für mich in Leverkusen so ein bisschen, ja, der für mich Leverkusen so ein bisschen, ja, sympathisch macht, so leicht sympathisch macht, oder so leicht verkraftbar macht, sage ich mal, dass die da oben stehen, weil einfach Alonso ein absolut geiler Typ ist, sonst ist da für mich im Gesamtpaket nicht viel mehr, ist einfach so, ja, ist halt meine Meinung, ähm, 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 weiterhin, wenn wir irgendwann drüber reden, über, ja, größte Überraschung der Saison, Überraschungsteam der Saison, wenn die meisten Leverkusen nennen, für mich ist es der VfB natürlich auch so ein bisschen Fanbrille, ist auch ganz klar, aber, du redest hier über Alonso, du redest hier, also Leverkusen und Alonso, ähm, die Top-Voraussetzungen haben, die einen Top-Kader haben, die auch finanziell, wie gesagt, ganz andere Voraussetzungen haben, die generell eine Mannschaft sind, jetzt sind sie natürlich einmal irgendwie abgeschmiert gewesen, mit uns quasi in der Hinrunde, aber es war klar, dass sie nicht auf der 14. oder die waren 14, 15 bleiben da unten irgendwo, es war klar, 14. Euro-League war auch da schon stark unterwegs, ne, hat einen Top-Kader, Leverkusen ist ein Europa-League oder eher noch Champions-League-Team, immer irgendwo Platz 6, 5, 4, 3, whatever, vielleicht auch mal Platz 2, so, die haben alles überperformt, und das ist das Besondere, dass sie jetzt Meister sind, dass sie die Bayern überholt haben, und natürlich auch eine Top-Punktzahl spielen, ne, auch alles klar, wie gesagt, alles hochverdient, und das nochmal zu betonen, bei all der Kritik, oder all der, ja, kritischen Meinung von mir, was das angeht, oder kritischen Gedanken, ähm, aber, die, ja, das sind dann 2, 3 Plätze über Performance, so, 4 Plätze über Performance, und wir kommen da aus der Relegation, davor, das ja, wäre es quasi Relegation gewesen, außer, dann kommt eben Legendo, auch wir, wie gesagt, wir wurden von Corona richtig hops genommen, anders hops genommen, als es Clubs wurden, die 50 plus 1 Ausnahmen sind, zum Beispiel, auch mit einem Stadion, das ist glaube ich doppelt so groß, das ist doppelt so viel, äh, ja, Ticketeinnahmen fehlen, all die Geschichten, Stadionumbau, das ist, das war, das ist ein völlig verkehrtes Duell, was die Voraussetzung angeht, das ist einfach so, äh, jetzt hier spezifisch da, aber eben auch im Vergleich dazu, letztes Jahr 16, davor 15, wir überperformen, gerade um 13, um 12 Punkte auf Platz 3, äh, Plätze, äh, 13 Plätze auf Platz 3, und nicht um 2, 3, 4, also für mich ist der VfB, ich glaube auch für ein paar Neutrale, denke ich auch, absolut die Überraschungsmannschaft der Saison, und auch da fand es wieder schön, wie auch so ein bisschen, so ein breites Lob da war, für die Leistung vom VfB in Leverkusen, auch generell, äh, in den drei Spielen gegen Leverkusen, ähm, kam auch schon noch am Pokalspiel von unten auf die Aussage, die zwei besten Mannschaften in Deutschland haben aufeinander getroffen, auch das stimmen viele zu, viele, ja, neutrale Fans, viele Fans von anderen Vereinen stimmen dem zu, ähm, das muss auch nochmal vor, wie gesagt, auch vorhin schon gesagt, dass wahrscheinlich in der Top 10, wenn man auf Top 10 Spiele schaut, sind die drei auf jeden Fall dabei, in dieser Saison in Deutschland, das ist absolut so, ähm, und, ja, was überwiegen muss, ist der Stolz auf die gezeigte Leistung, oder es kam irgendwann an, dann hat es ein bisschen gebraucht, aber es kam auch irgendwann an, ähm, diese Leistung nach Bremen vor allem auch, aber auch generell, so eine Leistung zu bringen in Leverkusen, du hast sie schon mal gebracht im Pokal, ja, aber du kannst trotzdem nicht voraussetzen, dass du nochmal so eine Leistung bringst, ne, das war brutal stark, und auch das, weiß ich, ob ich da der Einzige war, der Einzige bin, aber es hat echt lang gedauert, weil es sich immer auch so angefühlt hat, es hat, ich habe wirklich gefühlt erst ein, zwei Tage, ein, zwei, drei Tage danach, so richtig realisiert, dass wir hier von einem Unentschieden sprechen, mit diesem 2-2, und diesem doch nicht die ungeschlagene Serie gebrochen, doch nicht Leverkusen geschlagen im dritten Versuch, sich doch nicht belohnt für Verdientes, Schiri doch wieder scheiße, Schiri-System, VAR, whatever, Regelwerk, wie auch immer, alles dabei, ähm, es hat sich angefühlt wie eine Niederlage, dieses 2-2 ist der Treff, hat sich angefühlt wie eine Pleite, eine Niederlage, ein Schlag ins Gesicht, aber wir sprechen hier von einem Unentschieden, wir sprechen hier von einem Punkt in Leverkusen, so, wie gesagt, auch vorhin schon, das können die viele von sich behaupten, ähm, von dem her, auch das überwiegt dann nochmal, wie gesagt, das Einzige habe ich auch schon damals gesagt, im Spielfazit direkt danach, was halt mit der meisten weh tut, dass die Jungs das nicht verdient haben, wie gesagt, die haben drei Spiele, drei Spiele so nah dran gewesen, die hätten eins davon gewinnen müssen, eins davon hätte der Fußballgott uns geben müssen, aus den drei Spielen haben wir uns einen Sieg auf jeden Fall verdient, da können auch die meisten Leverkusen-Fans zustimmen, ähm, aber gegen diese schwarze Magie, wie ich auch das 2-2 dann auch genannt habe im Stream, gegen eine schwarze Magie in 90 plus, solange bis Leverkusen trifft, ähm, ja, dagegen kommst du nicht an, das ist nur gestört, und dagegen kommst du einfach nicht an, ähm, aber auch hier nochmal, wir waren mit einem Eibenbein in der Relegation, äh, mit einem Eibenbein in der 2. Liga, mit der Relegation, so rum, jetzt auf dem Weg nach Europa, auf dem Weg in die Champions League, ne, Champions League auf der Zunge zergehen lassen, Tabelle 64 Punkte nach 31 Spieltagen, das ist komplett gestört, Dortmund hatte, oder hat 57 nach 31 Spieltagen, Leipzig 62, ähm, ja, Bayern 69, auch nicht die beste Saison, ist auch klar, die Berkusen 81, danach diese Riesenlücke, zu Frankfurt auf 45, auf Platz 6, das darfst du alles nicht vergessen, Thema Tabelle hat auch sogar, das Saison ist noch in Grafik rausgebracht, Tabelle bis zur 90. Minute, Leverkusen, äh, 72 Punkte, das heißt, wir sind hier tatsächlich auf, äh, was, Gott, Mathe, 9 Punkte weniger, hab ich hoffentlich richtig gerechnet, 9 Punkte weniger, Bayern genau gleich, wir hätten sogar 1 Punkt mehr, 65, Leipzig hätte 2 Punkte mehr, ähm, 64 dann, und Dortmund hätte auch 2 Punkte mehr, ne, ist ja, Leipzig hatte glaube ich ja auch verloren, dann noch gegen Leverkusen, zum Beispiel, Dortmund nur einen Punkt geholt, dann durch dieses, äh, Ding, wir ja auch, ne, also auf jeden Fall interessant, Leverkusen wäre trotzdem Meister, bleibt dabei, Meistertitel ist sowieso verdient, nur eben ungeschlagen nicht, aber ich wiederhole mich hier ein paar Mal, und gehe noch zum Abschluss hier rein, in die Daten zum Spiel, die ihr auch hoffentlich schon im Podcast gehört habt, weil das schon am Donnerstag rauskam, wie immer, 16 Uhr, die Daten zu dem Spiel, die ich dafür rausgesucht habe, ähm, ja, Top-Spiel der Bundesliga, erstes, vierte Unentschieden von, von uns, vom VfB, das allererste Unentschieden dieser Saison, in einem Auswärtsspiel, auch ganz witzig, wir bleiben ungeschlagen, in Samstagabendspielen, Samstag 18.30 spielen, bleiben wir ungeschlagen, ähm, auch wenn es davor halt eine reine Siegesserie war, aber wir bleiben ungeschlagen immerhin, ähm, und, äh, ja, Leverkusen hat den, hat das ungeschlagen und sowas, aber, immerhin eins, das ziehe ich mir da so ein bisschen raus, so ganz billig, sag ich fast, aber so, das nehme ich mit, fühle ich irgendwo, das mitzunehmen, immerhin, Leverkusen kann den Bundesliga-Punkterekord nicht mehr brechen, haben die Bayern aufgestellt, 2.12, 2.13, 91 Punkte, können sie nicht mehr, äh, knacken, da ist doch vielleicht ein paar Unentschieden, Dortmund, Stuttgart hintereinander, last minute Unentschieden, zu viel, äh, da kommen sie nicht mehr ran, Führig traf in allen drei Spielen gegen Leverkusen, ist auch stark, ähm, 18, das ist auch Treffer von Undaf, macht ihn zum besten deutschen Torschützen in der Bundesliga in dieser Saison, ähm, so viele Treffer gelangen zuletzt Timo Werner, 2.19, 2.20, der hat ja deutlich mehr, aber eben mindestens 18, ähm, auch damit, mindestens 18 sind wir gerade dabei, ähm, dass das 2 Spieler in einer Bundesliga-Saison beim VfB haben, ist jetzt erstmalig mit Gerasi und, äh, Undaf, Gerasi, Undaf und Führig, das Trio, 51 Mal getroffen, auch das, neuer Rekord, zweimal mehr jetzt schon als das magische Dreieck, also auch da wieder was für Verhältnisse, wir sprechen, ist komplett verrückt, 96, 97 war es damals, ähm, Expected Goals war auch sogar pro VfB, 1,3, 1 Leverkusen, 1,7, 6 für den VfB, Torschüsse, 6 zu 4 Leverkusen, ähm, der VfB sogar mehr Ballbesitz gehabt in Leverkusen, auch das komplett crazy, 54% Ballbesitz, 488 Pässe bei, äh, Leverkusen sind die 5 meisten unter dem VfB-Gegnern, in eben jetzt schon 31 Spielen, also auch ordentlich im Vergleichswert, 510 Pässe beim VfB, die 6. wenigsten in der Saison bei uns, 79% Passquote beim Deutschen Meister, 85% bei uns beim Tabellendritten, und das ist sogar der 4. schlechteste bei der Saison, 85% Passquote, das ist schon sehr, sehr krass, ähm, beide Mannschaften gleich viel gelaufen sogar wieder, 116,3 Kilometer, knapp bei den Sprints, wie immer, Klassiker, 262 bei Leverkusen, 5 höchster Wert, 256 bei Stuttgart, 4 höchster Wert, äh, ja, relativ wenig Zweikämpfe, ne, wenn da bis in eine gewisse Klasse auf dem Platz ist, also eben kein Abstiegskampf, so, das will ich damit meinen, ähm, 72 bei Leverkusen, ähm, die geteilt wenigsten unter den VfB-Gegnern, und 69 beim VfB, auch wieder, äh, die zweitwenigsten der Saison, ähm, ein Rekord gab es im begangenen Faust, aber wir sind immer ein bisschen ruppiger unterwegs, tatsächlich, 10 bei Leverkusen, 19 bei uns, wie gesagt, höchstwert in dieser Saison bei uns, und auch hier nochmal, rechnen wir die X-Goals-Werte bei der Bundesliga-Spiele, ne, Pokal ausgerechnet, Bundesliga-Spiele, die beiden Unentschieden, kommen wir auf 4,67 beim VfB, und 3,55 bei Leverkusen, wie gesagt, da wäre ein Sieg absolut verdient gewesen, eben auch so verdient gewesen, wie es keine andere Mannschaft in Deutschland gehabt hätte, gegen Leverkusen zu gewinnen, ähm, damit bleiben nur Stuttgart und Dortmund ungeschlagen in der Liga, wie gesagt, Dortmund war auch brutal nah dran im Heimspiel, aber eben auswärts, äh, sich ein bisschen dazu gebunkert zum Unentschieden, mehr als wir, sag ich mal, spielerisch gesehen, und auch ganz klar, 64 Punkte nach 31 Spielen, bleiben natürlich die beste Saison des VfB aller Zeiten. Und dann kommen wir zum Champions-League-Hype, zum kompletten Champions-League-Hype, und fangen das ein bisschen ein, weil auf dem Sofa der VfB spielt wieder Champions-League nach 14 Jahren Abstinenz, das durch den Dortmund-Sieg gegen PSG im Halbfinale, dadurch ist Deutschland der Bundesliga der fünfte Champions-League-Platz nicht mehr zu nehmen in der Liga, und da wir nicht mehr schlechter fallen können als Platz 5, realistischerweise fallen wir auch nicht schlechter als Platz 4, ähm, also, 3 oder 4 wird es werden, normalerweise, ähm, damit ist dem VfB die Champions-League nicht mehr zu nehmen, auch rechnerisch fix, mal in den Gedanken, vielleicht schon über 1, 2, 3 Spiele, äh, mehr natürlich schon fix, aber jetzt ist es eben auch offiziell fix, und da hat sich das Ganze natürlich so ein bisschen, äh, entladen, auch hier wieder einige Tweets vor mir, schöne Tweets vor mir, ähm, ja, nach 14 Jahren wieder, 14 Jahre, 2010, äh, der letzte Auftritt gegen Barca, ähm, und, ja, auch hier ganz nett, das sind die Statements, die ich haben will, mit eben einem Screenshot vom VfB fix in der UEFA Champions League, von der VfB Homepage, hat man in den letzten Wochen eher andere Themen, die da auf der Homepage gerne sind, Statement hier, Statement da, ne, noch hier, dieser simple Satz, der VfB Stuttgart 1893 spielt in der Saison 24, 25 in der Champions League, das geht runter wie sonst was, das ist komplett immer noch nicht ganz real oder irgendwie so ein bisschen surreal, ähm, gerade eben auch das wieder voll stark gesprochen, wo wir herkommen, von der fucking Relegation in weniger als einem Jahr in die Champions League, so, das kannst du keinem erzählen, das kannst du glaube ich auch keinem Hamburg-Fan erzählen, das ist glaube ich auch mit das beste, das beste Gegenargument für das, ja, für das Prinzip, für die Idee von der Relegation, weil das ist der HSV gegen eine Mannschaft mit 6,1 nicht aufgestiegen, die jetzt Champions League spielt, also, ich glaube auch damit kann man fast das Thema Relegation oder Systemrelegation ad acta legen, aber das ist ein anderes Thema, der VfB macht auch ein schönes Meme, quasi mit Blick, Relegation, Augen zu, Augen auf, Champions League, das ist alles, ja, einfach wunderschön, wunderschön surreal, hier auch nochmal, ne, 33 Punkte, 2021, 2022, 33 Punkte, letzte Saison, und jetzt haben wir schon 64, ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich hoffe sehr, dass wir auf über 66 kommen, ich glaube da auch fest daran, ne, aber wenn wir auf über 66 kommen, einfach mehr Punkte in einer Saison geholt als in den letzten beiden zusammen, ist auch komplett verrückt, ähm, und, ja, auch das ist wieder witzig, ne, weil, du hast ja eigentlich gehofft auf eine ruhige Saison einfach, eine ruhige Saison, hab, also, nicht, dass du drei Spieltage vor der Saison Champions League fix hast, sondern, dass du vielleicht drei oder zwei Spieltage, vielleicht sogar einen oder am letzten Spieltag, wenigstens das, fix in der Liga bleibst, das war die Hoffnung, das war der Anspruch, oder wie auch immer, ne, hier auch alle geschrieben, quasi, der fromme Wunsch nach Planungssicherheit, äh, zwei, drei Spieltage vor, vor Schluss ist ziemlich schnell und ziemlich heftig, äh, eskaliert, also, das ist absolut, ähm, im positivsten aller Sinne, ja, normalerweise machst du dir Gedanken über Liga verbleib, und dann machst du jetzt einfach von der Couch aus, zu Hause entspannt, die Champions League fix, und auch das muss ich sagen, ne, das Thema Champions League an sich, das werden vielleicht auch nicht alle verstehen, also, die VfB, das glaube ich im meisten Sinne schon, vielleicht sind doch ein paar andere dabei, aus anderen Fällen, die sich hier noch mit anhören, ähm, ähm, Champions League war, welten entfernt, in meinem Kopf, so, und ich habe natürlich so ein bisschen miterlebt, das letzte Mal Champions League 2010, da war ich 10, so, da habe ich so gefühlt, glaube ich, die erste Halbzeit von irgendeinem, Champions League Spiel gucken dürfen, danach ging es ins Bett, so doof gesagt, ne, ähm, das war, Abstiegskampf hier, da ist mal irgendwo noch so eine verkrüppelte, äh, Europa League Quali-Runde gegen Rijeka, wo ich im Stadion war, 2009 war ich einmal, also, das war das zweite, und das einzige richtige europäische Spiel eigentlich war für mich, äh, 16. Finale war es, glaube ich, im UEFA Cup hieß damals noch die Europa League, soweit ich weiß, Hinspiel verloren, 2-1, ein Rückspiel, glaube ich, auch 2-1 verloren gegen Schnitzel in Petersburg, Timo Gebhardt getroffen ist im zwischenzeitlichen 1-1, das ist das Höchste, was ich erlebt habe, aber mit neun Jahren, das ist auch nicht mehr so, nicht wirklich in Erinnerung, ähm, das war so weit weg, du hast eine Legendo-Saison, mit dieser Rettung, Last Minute am letzten Spieltag, hast eine Rettung, mit zwei Spielen plus, nochmal, durch das, durch das System Relegation gerettet, verdient am Ende, durch den Hoeneß-Run auch so, ne, vom Ding her, davor verlierst du noch ein Endo, Mafopanos, Sosa, Pipapo, letzten Jahre immer, ne, Thema Finanzen und sowas, Thema Scheinumbau, mehr, deutlich mehr eingenommen, als du ausgeben konntest, und so weiter und so fort, Champions League, darauf kann man sich runterbrechen, war ja in keiner scheiß Welt, auch nur irgendwie, irgendwann wieder, sichtbar, erwartbar, auch am Anfang der Saison war ja klar, ey, geiler Saisonstart, top, geil, aber da warst du die Meinung von wegen, boah, geil, Saisonstart, wusstest du, ist wichtig, du lieferst diesmal, ey, cool, vielleicht ist der Klasse, sogar echt mal einen Tacken früher drin, das war ja, der Hauptgedanke, an dem Thema, geiler Saisonstart, und wow, krass, wir verlieren echt lange keine Spiele, irgendwann gedacht, oh, ey, wenn es so gut läuft, ey, vielleicht sogar Europa schnuppern, irgendwo klar, oh, krass, okay, jetzt sind wir schon sehr lange auf Platz 3, ja, also, dann darf es auch, dann darf es auch gerne mehr werden als Europa League, zumindest Europa League darf es dann gerne werden, wenn wir schon so lange dabei sind, und jetzt einfach Champions League, das, wie gesagt, das war nach den letzten Jahren, zweimal Abstieg, zweimal wieder hoch, Corona, dies, das, eigentlich ein Gebettele und ein Rumgetue seit 2010 oder so, 2011 oder so, ab da ist es ein bisschen, immer wieder ein bisschen, ja, darum gebettelt, bis du dann irgendwann 2016 endlich abgestiegen bist, doof gesagt, ähm, mit so ein, zwei Höhen, ne, diese Korkut-Rückrunde war sportlich, also, ergebnismäßig geil, du warst mit Matarazzo direkt nach dem Aufstieg, nochmal eine geile Runde gespielt, wo du auch mit ein bisschen mehr Glück, oder ein bisschen mehr, ja, Punkte holen, noch ein, zwei Punkte mehr holen, vielleicht sogar auch irgendwo europäisch, hättest du spielen können, ähm, mit Korkut ja auch, ne, ich glaube, das Pokalfinale war ja damals das Thema, hätte in den Spanien gewonnen, wärst du in die Euroleague gegangen, oder wie auch immer, ähm, aber sonst waren es ja wirklich Jahrzehnt Müll, so, ganz doof gesagt, Jahrzehnt, ja, komplett, komplett geisteskrank für den VfB-Fan, graue Haare, das ist, da war Champions League nicht ansatzweise da, deswegen, das ist, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis man das, glaube ich, 100% im Kopf hat, dass da wirklich irgendwann ein Champions League kommt, was auch da schön war, rund um die Champions League, ist halt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit, so ein bisschen das Licht auf ein, sagt, das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, dass du es nicht so krass hast, das Licht auf dir, dann kannst du ein bisschen ruhiger arbeiten, als wenn Fabrizio, äh, ja, jede Woche irgendeinen Megatweet dazu abliefert, wie der VfB gerade arbeitet, gut, das macht er mit Gerasi, wo er quasi jedes Mal reinschreibt, boah, ist der geil, ey, übrigens 17,5 Millionen Ausschicksklausel, so, aber dass du so ein bisschen, ja, weniger Schaufensterlich drauf hast, wie jetzt zum Beispiel Leverkusen drauf hat, die haben ja deutlich mehr, deswegen glaube ich, vielleicht auch gar kein, gar kein Nachteil auf jeden Fall, aber schön ist auch da, dann die breitere Fußball, äh, ja, Gesellschaft, wie auch immer, auch international dann gesehen hat, oh, VfB, oh, seit 14 Jahren, oh, wie spielen die Fußball, boah, krass, Jüngster Kader, oh, heftig, Hoeneß, oh, krass, das tut er wenigstens gut, das auch mal zu lesen, und ich glaube jetzt, ich hoffe, was heißt, ich hoffe, wir werden es singen, morgen, ja, heute, morgen, wie auch immer, äh, verschiedene Zeitzonen gefühlt, also es kommt am Samstag noch vom Spiel, so, ähm, wir sind wieder, wer, der VfB ist wieder da, wortwörtlich, und genau so, wie es, wie es klingt, ist es auch, der VfB ist wieder da, dieses, dieses Gefühl, ist halt auch so dermaßen da, dieses Ding von, boah, VfB-Logo, in Grafiken, mit Champions League, und so Geschichten, das fühlt sich halt echt nicht falsch an, das fühlt sich nicht falsch an, drehen wir es so rum, ne, nicht arrogant klingt, von wegen, boah, da können wir hin, das ist es, ne, auch wenn wir das vielleicht in uns glauben können, ne, bin ich voll dabei, drehen wir es so rum, es fühlt sich absolut nicht falsch an, und das ist super, super geil, ähm, auch super geil, Gerasi, ne, schreibt hier auch, der Verein hat das, äh, verdient das, ähm, repostet irgendwelche geilen Grafiken hier, von Instagram-Accounts und so Geschichten, ähm, das mal so ein bisschen, so nebenher, wirklich, das heißt auch nichts, ne, so Twitter-Journalismus, das heißt überhaupt nichts, aber, ich hab das leichte Gefühl, dass wir, glaub ich, doch ein Wörtchen mitzureden haben, oder einige Argumente auf unserer Seite haben, dass uns, ja, wenige bis quasi keine Spieler vielleicht doch verlassen im Sommer, wie gesagt, das wäre nochmal ein anderes Thema für ein anderes Video, mit Transfers, mit den Gerüchten, wie ist da aus, die Planung, dies, das, Tendenzen und sowas, ähm, aber ich hab da gar kein schlechtes Gefühl tatsächlich, ähm, und auch hier, ne, hat es hier einer geschrieben, eben, atmen, ich kann nicht mehr, es ist 23.30 Uhr und ich heule hier Rotz und Wasser vor Freude, ähm, das war wirklich, es war ein wunderschöner Abend, das war ein wunderschöner Abend, quasi einfach nur die ganze Zeit, du hättest wirklich auf dem Sofa liegen können, Decke anstarren können, nimm dir einen Schal in die Hand, irgendwas nimm dir in die Hand, zieh ein Trikot an, Hand, Hand auf die Brust, Hand irgendwo hin, in Ruhe da liegen, hättest diese Wand, die Decke zwei Stunden nach oben einfach nur angucken können, und wärst einfach nur glückselig gewesen, so, es hat nichts gebraucht, an diesem Mittwoch, war es ja glaube ich, an diesem, äh, Mittwochabend, es hat nichts gebraucht, der fucking VfB spielt Champions League, du bist durch Twitter durch, und hast, kam es aus dem Grinsen nicht mehr raus, wie alle gefeiert haben, das war wirklich ganz, ganz besonders, auch wenn es nur vom Sofa war, da kann ich mehr oder minder drauf scheißen, ähm, aber, das war sehr, sehr besonders, diese, diese Gedankengänge an, da kommt jetzt eine fucking Champions League-Hymne, diese ganzen Bilder aus Dortmund, die abgeliefert haben, auch die Bayern-Fans haben abgeliefert, ne, Deutschland halt, Deutschland, geile Fans, darauf will ich hinaus, ähm, ne, auch ein paar Leaken gezeigt, ein paar bestimmten Farmers, Farmers-Leaks auch gezeigt, äh, ja, wo der Bad oder der Mosch tult, ha, Gott, ich, ich und so ein schwäbischer Spur ist auch nicht so ganz authentisch, aber ist mir egal, ähm, ähm, auch diese, diese, diese Idee, diese Idee von Auswärtsfahrten und sowas, unglaublich, diese ganzen Gesänge, die es ergibt, ne, auch neue Fangesänge, alte Fangesänge mit eben Internationalbezug und sowas, ne, die wir auch alle hören werden wieder am Samstag und die nächsten Spieltage hören werden, nächste Saison hören werden, natürlich allen voran, nach alten Scheiße geht's auf die Reise, auch das ist super geil, wie viel das auch feiern, auch andere Fanbases, dieses, diesen, diesen Gesang feiern, ist auch sehr, sehr geil, wir haben echt was geschaffen, was, was richtig durch, durchhalt, äh, fast durch Deutschland durchhalt, das ist sehr, sehr geil, der Gedanke an Hoeneß irgendwann kommt da auf den Zaun, es ist wirklich einfach nur ein wunderschöner Abend gewesen, anders kann man es, kann man es gar nicht beschreiben, ganz, ganz besonders alles, ähm, und wie gesagt, das, das 100% zu realisieren, wird alles noch ein bisschen dauern, glaub echt, das wird gefühlt bis zum ersten Champions League, Spiele dauern, ich glaub, das wird echt so ein Ding sein, so stand jetzt, glaub ich so, so ein Ding sein, wegen, auch wenn dann irgendwie die Auslosung kommt, ne, irgendwann, was weiß ich, August oder wann auch immer diese Auslosung dann kommt, ist auch so ein Gefühl von, ach cool, da sind wir ja auch dabei, Auslosung, cool, hier machen wir einen Stream, hier berichten wir drüber, ach cool, auch, auch Auslosung, aber nicht dieses Gefühl von, warte mal, das ist unsere fucking Auslosung, warte mal, wir, wir spielen diese Spiele irgendwann, das ist nicht nur so eine Auslosung, nicht so, so FIFA oder wie auch immer, Situationen, ne, wir spielen diese Auslosung irgendwann auch, die da grad vor uns, vor uns passiert, ich glaub, das wird erst so richtig 100% ankommen, wenn du wirklich im Stadion stehst, und gleich Anpfiff ist, die Jungs eingelaufen sind, du im Stadion stehst, und dann wirklich diese Champions-League-Hymne erklingt, das ist, glaub ich, der finale Moment, wo du es wirklich raffst, und richtig realisierst, das ist, das ist Realität, das passiert hier gerade wirklich, und das ist halt, wirklich unfassbar schön, unfassbar schön, ich hatte's grad schon mit Farmers League, auch das ist ein schöner Nebeneffekt, von dieser Thematik zu, ja, fünfter Platz, als wir das, wir das bekommen haben, statt denen eben, ne, auch das schön, auch da, gibt genug, die es uns gönnen, genug VfB-Fits, die es uns, die es uns gönnen, so vorhin bei Leverkusen schon mit dabei, gibt, gibt's solche und solche, aber auch hier, wie viele immer gekommen sind mit, ey, lass dir mal hier, ne, Füße auf dem Boden, ja, ja, Champions League, danach macht er die Konsole aus, und sowas, wo, hm, wo, ja, jetzt kommt er dauernd voll nach Gladbach, nach Bochum, oh Gott, jetzt geht's ja los, ach Heidenheim, oh je, oh Hoffenheim, ach ja, ach jetzt kommen die ganzen schweren Spiele erst, ach einfache Saisonstart, ja, wo seid ihr, wo seid ihr jetzt, so, wo seid ihr jetzt, dieses, dieses, ganze dumme Geschwätz da, immer wieder auf Social Media, auf Twitter und sowas, vor allem, in gewisser Maßen, irgendwelchen Leuten was nicht gönnen, oder wie auch immer, ist ja fein, hatte ich auch bei Leverkusen vorhin dabei, vielleicht auch ein bisschen drüber dabei, wie auch immer, ähm, aber, wie es da wirklich manche sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, nach jedem VfB-Spiel zu schreiben, ja, pff, hält eh nicht, als ob ihr Champions League spielt, so, hier, herzlich willkommen in Realität, herzlich willkommen in euren Fußballmanagern, in euren Konsolen, Realität und nix, nix anderes, Realität und nichts anderes, so, und was auch Realität ist, ist da natürlich auch einige, einige, ähm, ja, mehr Teams dabei haben könnten, in europäischen Wettbewerben, was auch vogelwild ist, weiß ich gar nicht, wie genau es jetzt alles läuft, irgendwie bis zu Platz 8, vielleicht sogar bis zu Platz 9, irgendwie so, können glaube ich sogar irgendwie Vereine mit dabei sein, dann, wenn Dortmund hier was gewinnt, Leverkusen hier was gewinnt, wie auch immer, da bin ich, nicht, nicht, nicht genug Mathematik da reingegangen, ähm, aber, ich glaube, auf jeden Fall Platz 8 dürfte realistisch sein, oder könnte realistisch sein, dass das, dass das noch an irgendeinen Verein geht, europäisch, und dann kämpfen da Bremen, Heidenheim, Hoffenheim und Augsburg auf 37 und 39 Punkten drum, wir haben früher von einer 40-Punkte-Marke gesprochen, die, wenn man von einem nicht Abstieg braucht, die Jungs stehen auf 37 Punkten, drei Spieltage vor Schluss, und sprechen um Europa mit, und nicht Abstiegskampf, also, auch das kann man, glaube ich, deutlich runterziehen, bei uns hat es ja letzten Saisons auch, Relegation oder auch, Platz 15, Klassen halt, mit 33, 34 Punkten gereicht, die, das kann man auch deutlich runterziehen, das Thema 40 Punkte-Marke, an der Stelle, ist mir auch gerade so ein bisschen aufgefallen erst, aber, da würde ich Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim oder Bremen oder sowas, halt auch mitzocken, ist schon wild, vor allem, weil es eben auch Vereine sind, wo ja auch nicht wirklich, nicht wirklich Konstanz geherrscht hat, also Augsburg hat jetzt gerade so ein bisschen eine Delle drin, nicht ganz passend für uns im Spiel nächste Woche, haben gerade so ein bisschen eine Delle drin, Bremen kommt jetzt wieder, die haben wir auch vorhin mal wieder wachgeküsst, scheinbar mit unserer, mit der Niederlage bei uns, ja gegen Bremen, in Bremen, Heidenheim als Aufsteiger vorgewählt, auch krass, Hoffenheim eigentlich auch eine Mannschaft, wo du drauf guckst und siehst, auch cool, letzte zehn Spiele, ein Sieg, zwei Siege, irgendwie sieben Pleiten, ein Unschied oder wie auch immer, so wirkt auf mich Hoffenheim, weiß gar nicht, ob das stimmt, aber auch so Mannschaften, wo es immer wieder heißt, ach, die sind seit sieben Spielen sieglos, die zocken trotzdem auf Platz neun, Platz acht rum, das ist schon, das ist schon sehr, 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 dass dann solche Klubs vielleicht sogar auf europäische Reise gehen können, aber am Ende des Tages, jetzt gönnt man es denen, natürlich ein paar Mannschaften mehr als anderen, also ich würde es natürlich gerne Bremen sehen, zum Beispiel aus Reaktionsfansicht, wenn Bremen da auf europäische Reise geht, am Donnerstagabend, würde mich das ein bisschen anders schieben, als wenn es fucking Hoffenheim macht, das ist ja auch ganz klar, und auch hier Startelf nochmal, die letzte Startelf vom VfB in einem Champions-League-Heimspiel, gegen Barcelona 1 zu 1, Kakao mit dem Treffer, Jens Lehmann, Celotzi, Tasschi, Delpierre, Morinaro, Dresch, Khedira, Gebhardt, Chlepp, Kakao, Pogrebniak, Wahnsinn, Wahnsinn, gehen also, nicht alle, aber viele Namen davon, gehen absolut runter, und auch das sehr interessant, der VfB war der erste Bundesligist in der offiziellen Champions League, die wurde ja auch irgendwann erst umbenannt, 1992 hier scheinbar dann der Fall, oder quasi richtig als Champions League eingeführt, wie auch immer, noch davor, der Pokalsieger, dies, das, das ist ja alles vor meiner Zeit gewesen, aber da scheinbar der VfB, der erste Bundesligist, der da mit dem Start war, auch sehr, sehr geil tatsächlich, freut mich sehr, finde ich immer ganz nett, so ein paar, ja, statistische Ausflüge, sag ich mal, aber an der Stelle finde ich schön, haben auch ein paar Leute gemacht, das Dank quasi an alle so ein bisschen rauszugeben, weil Hoeneß an erster Stelle, der Mann hat hier alles auf rechts, auf links, auf rechts gekrempelt, weiß gar nicht, wie der Spruch genau geht, aber der hat hier alles verändert, so offensiv kann man damit umgehen, so offensiv kann man das sagen, glaube ich, Wohlgemut dahinter, nach dem Sommer, Winter war schwierig, aber nach dem Sommer auf jeden Fall auch, ein Matarazzo war mit dabei in der Entwicklung, ein Misset hat für mich da weiterhin sehr große Stücke dran, und eben auch in Hitzesberger, da fängt es ja an, Hitzesberger, ein bisschen an Matarazzo, dieser neue Weg nach dem Abstieg, neue Weg rund um 2019 rum, rund um 2020 rum, wie gesagt, diese eine starke Saison nach dem Wiederaufstieg, danach, klar, schlechtere Saisons, 15, 16, alles in Ordnung, aber auch da stehen jedes Mal wieder 6, 7 Leute oder so in der Startelf von Misslintat Transfers, was ja auch klar ist, der ist ja gefühlt erst ein Jahr oder so, anderthalb Jahre oder sowas, so richtig raus aus dem Verein, deswegen auch an die gilt es so ein bisschen, weil das ist der Weg, der von denen quasi angeführt wurde, angefangen wurde, und jetzt wurde da brutal stark obendrauf gearbeitet, von Wohlgemuth, Hoeneß und so weiter, verbessert dies, das, aber da kann man auch gerne mal allen so ein bisschen die Lorbeeren geben, und natürlich auch, wer es von allen als erstes wusste, Wolle Dietrich, Dankeschön, Wolfgang D., der auch damals gesagt hat, rund um Ausgliederungen und sowas, irgendwie zu 17, zu 18 rum, VfB hier oben, und zack, oberes Liga-Drittel, VfB, Champions League-Verein, da sind wir, ein bisschen Verspätung, hey, geschenkt, zwei Jahre Corona, kannst du rauszählen, Wolfgang Dietrich hat es schon immer gewusst, er hat es schon immer belieft, jetzt haben wir hier auch schon ein paar Rahmenkalender schon mal, 29. August ist Auslosung für die Champions League, 17. bis 19. September, 1. Spieltag, 1. und 2. Oktober, 2. Spieltag, 22. und 23. Oktober, 3. Spieltag, 5. und 6. November, 4. Spieltag, 26. und 27. November, 5. Spieltag, 10. November, 6. Spieltag, 21. und 22. Januar, Januar, 7. Spieltag, 29. Januar, 8. Spieltag, alle auf einmal, das wird auch ziemlich krachen, dann die ganzen verschiedenen, ja, Mannschaften und Begegnungen eben, und heißt auch, durch eben das, ist, dass man im neuen Modus ja nochmal 2 Spiele mehr hat, ne, 6, äh, hier, hier, äh, 8 Stück hat, statt, äh, eben, äh, 6 Stück bisher, der VfB überwintert in der Champions League, die Headline kannst du jetzt schon machen, weil es einfach faktisch so ist, geht gar nicht anders, 2. Spiel im Januar, es geht gar nicht anders, so, auch das, sehr, sehr schön, ähm, und auch hier kann man schon mal reingucken, in die, in die Pods, in die, in die Töpfe, Topf 1, 2, 3, 4, wie logischerweise in 4, ne, den Koeffizienten und schießt mich tot an Relevanz und, ne, an Erfolg der ganzen Mannschaften, Pod 1, dann eben, ne, City, Bayern, Real, PSG, ähm, ja, Barcelona, Liverpool und so weiter, 2. Pod dann Leverkusen, Atletico, Benfica, Arsenal, AC Mailand, 3. Pod dann, äh, Celtic, Galatasaray, PSW, Feyenoord, im 4. mit uns zum Beispiel Girona, Estenvilla, äh, Monaco, Athen und so was, Sturmgras, da so ein bisschen, ein bisschen wilder gemixt, eben auch so ein paar andere Überraschungsmannschaften, ne, Estenvilla zum Beispiel, Girona zum Beispiel auch, ne, ähm, das wird sehr, sehr interessant mit dem neuen Modus, wo man ja scheinbar, glaube ich, auch sogar in der Auslosung durch dieses neue System, wo ich jetzt auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen komme, ähm, sogar auch auf deutsche Mannschaften treffen kann, also ich glaube, wir könnten sogar in dieser Gruppenphase oder in dieser Liga-Phase, besser gesagt, ist ja keine Gruppe mehr so richtig, ähm, sogar quasi gegen Dortmund spielen zum Beispiel, ist glaube ich möglich, bin ich mir nicht sicher, aber ist glaube ich sogar so möglich, das war ja sonst nicht, nicht, äh, nicht so, auch da wieder, ne, Thema Wunschgegner und sowas, der Klassiker, natürlich die Größten, der Größten, bringen mir Real Madrid, bringen mir Barca, bringen mir, gut, City juckt mich nicht, aber bringen mir solche Größen, Liverpool wäre für mich oder für uns natürlich auch der absolute Volltraum, ich war ja auch einmal in Liverpool schon im Stadion, auch da wieder ist die Frage, komme ich auch gleich nochmal dazu, ob die Chance in irgendeiner Form steht, ob es irgendeine Chance gibt, die irgendwie nicht vergleichbar ist mit Lottospielen, äh, an Karten zu kommen für sowas dann, aber auswärts Liverpool wird mich schon hart, hart anschieben oder generell gegen Liverpool wäre natürlich super geil, gegen Endo nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Abschiedsspiel zu haben oder so ein Aufeinandertreffen nochmal zu haben mit so ein bisschen, ja, freundlichem Charakter, freundschaftscharaktermäßig, aber eben in der fucking Champions League wäre natürlich auch absolut geil ähm, und da haben wir auch ein Reels so gemacht gehabt oder, also wir von meinem VfB hatten schon ein YouTube-Filo gemacht gehabt vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich fast sogar schon, äh, zum Champions-League-Modus jetzt auch ein Reel draus gebastet, kurz und knackig, äh, zu dem Regelwerk, ähm, weil, oder zum neuen Modus, weil es so schwierig ist jetzt gar nicht tatsächlich, du hast eben 36 Teams am Start, die zocken alle zusammen in einer Liga, werden alle zusammen in eine Liga reingeschmissen und du zockst dann jeweils gegen, äh, zwei Teams aus jedem Topf, zwei Gegner aus Topf 1, zwei Gegner aus Topf 2, zwei Gegner aus Topf 3, zwei Gegner aus Topf 4, ähm, und dann am Ende des Tages, glaube ich, die ersten 8, ja, die ersten 8 müssen es sein, kommen dann direkt weiter, also von der Punktzahl her eben, kommen direkt weiter und dann die nächsten, das weiß ich gar nicht genau, jetzt 9 bis 25 oder sowas in der Form, 9 bis 26, irgendwie sowas, ähm, spielen Playoffs, also da auch nochmal ein bisschen mehr Aufwand, ne, das ist ja quasi eine K.O.-Runde nochmal, eine Sechzehntelfinale quasi, um in der Champions League zu bleiben eben, oder eben auszuscheiden, ähm, und alles drunter, äh, fliegt raus, auch das neu, du steigst nicht in die, nicht in die Euroleague ab oder sowas, oder von der Euroleague in die Conference League, nöp, du, äh, ja, bleibst drin oder bist halt raus aus dem Wettbewerb und auch das eben natürlich, vor allem das neue, ähm, im Ligasystem ist erstmal keine Gruppenfaser mehr, du hast eben auch 8 verschiedene Gegner, bedeutet auch, du machst kein Hin- und Rückspiel, du spielst nicht jeden Gegner doppelt, einmal zu Hause, einmal auswärts, ne, du spielst die auch nur einmal, es wird gelost, ich weiß gar nicht, wie genau es dann gelost werden wird, ähm, aber du zockst halt gegen, gegen den Gegner einmal und je nach Los, zockst du gegen den Gegner eben zu Hause oder auswärts, ne, und danach, nach dieser Playoff-Runde danach auch, ganz normal, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, natürlich ein bisschen mehr Aufwand, ne, zocken eben jetzt 8 Spiele statt nur 6, ist auch klar, immer 2 Spiele mehr, also im Aufwand, sag ich mal, bis zur Winterpause ist alles gleich, wie gesagt, die 2 neuen Spiele gehen dann noch ins neue Jahr mit rein, im Januar dann mit rein, spielst halt dann zur Not nochmal 1, 2 Spiele mehr in dieser 16-Final-Runde, ne, ist halt einfach mehr Spiele, mehr Belastung, kann man als Kritikpunkt sehen, ähm, aber vom Ligasystem her, könnte es vielleicht sogar wirklich interessanter werden, ähm, als so manche Gruppenphase, erst mal, weil du eben 8 verschiedene Gegner hast, statt nur 3 Stück, ne, weißt du ein bisschen, was dich erwartet, spielst gegen jeden Gegner zweimal quasi, einmal zu Hause, einmal auswärts, hat auch seinen Charme, ne, je nach Gegner, ähm, 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 aber, ja, auch die Spannung am Ende des Tages in so einem Ligasystem, alle mit drin, letzter Spieltag scheint ja so zu werden, dass er am letzten Spieltag alle gleichzeitig stattfinden lässt, und dann kann es ja sein, dass sich noch einiges verrückt, dass dann irgendwie, Gott weiß ich, zwischen Platz 4 und Platz 9 irgendwie zwei Punkte liegen, und zack, schiebt sich alles komplett durch, und eben nicht nur in einer spezifischen, in einer, äh, einer spezifischen Gruppe eben, noch da eben, auch das Argument eben von der FIFA, für dieses Ding, äh, oder von der UEFA, äh, für diesen neuen Modus, ähm, wie gesagt, auch das nochmal Spannung, war ja schon hier und da mal so, dass du in den letzten Spieltag gegangen bist in der Champions League, wusstest, gut, Platz 1 und 2 sind praktisch durch, von mir aus geht der Dritte noch um die Euroleague, aber viel Spannung ist da nicht mehr drin, mit dem neuen Modus hast du normalerweise jeden Spieltag Spannung, und eben auch bis zum Schluss vor allem Spannung, und bringt natürlich alles Kohle, und da gibt es schon so ein paar offizielle Zahlen dazu, ähm, Schleim für die Teilnahme, Teilnahme, ne, die wird, das ist Kohle, die wird schon bekommen, Kohle, die jetzt schon sicher ist, dass wir sie bekommen, fixe Antrittsprämie, 18,6 Millionen Flocken, 18,6 Millionen Euro, komplett gestört, auch deutlich mehr in der Euroleague Conference League, ist ja auch ganz klar, ein Unentschieden bringt 700.000 Euro, ein Sieg 2,1 Millionen Euro, und dann natürlich steigern sich die Zahlungen, äh, für den Einzug ins Achtelfinale, 11 Millionen, Viertelfinale, zwölfeinhalb, Halbfinale 15, Finale, 18,5, und der Sieger, nochmal obendrauf, 6,5 Millionen, das ist komplett gestört, was da für Geld fließt, und dass das vielleicht auch für Möglichkeiten, äh, eben eröffnet, natürlich auch, was da auch mit reinpasst, in Champions League Hype, und wie auch immer, ist natürlich auch der Mitgliederhype, der VfB Hype generell, ähm, der VfB knackt die 100.000, Mitglieder Marke, als 8.000, deutscher Profiklub, auch das brutal stark Statement, sehr, sehr geil, aber auch hier wieder, der Tweet direkt, weil hier schreibt natürlich der VfB, schön seit er in seiner Meldung quasi, ja, Lebenseinstellung, Lebensgefühl, ne, Backgrounds, verbindet sich miteinander, ne, die Schallmauer, und dies und das, es geht um Tickets, es geht um die Champions League Tickets, müssen wir uns nichts vormachen, bin ich auch kein, kein Unschuldiger, wie auch immer, bin damals auch vorallmückel geworden, weil ich wusste, ey, als Mitglied komme ich noch eher an Karten, selbst das ist ja gerade auch nicht mehr garantiert, ne, da ist jetzt die Dauerkarte das, was jetzt schon dann eben seit 2016, oder jetzt, also seit 2016 habe ich die Dauerkarte, jetzt eben die Saison vor allem, äh, sich als sehr, sehr, äh, besonders oder sehr, sehr wichtig rausstellt, die Dauerkarte, einen hohen Stellenwert hat, nochmal einen höheren Stellenwert hat, auch nicht so sehr drauf geschaut, ähm, aber es ist klar, dass da die Mitgliedschaften reinfliegen, weil alle Champions League gucken wollen, weil die wissen, ey, das Ding geht nur in Mitgliederverkauf, auch da, mal gucken, wer da die Chancen hat, in, was weiß ich, wie vielen Warteschlangen wieder, ähm, aber, das müssen wir auch nicht leugnen, die kommen jetzt nicht bei der VfB so geiles, also, weil das Klub so geiles, sondern eben, dass es der sportliche Erfolg geil ist, und die alle wissen, ey, geil, nächste Saison, vier Heimspiele in der Champions League, ne, viermal Heim, viermal Auswärts, vier Heimspiele in der Champions League, ich werde Mitglied, versuche ich mal mein Glück, vielleicht komme ich an Karten, Champions League, geil, so, ne, ist ja auch ganz simpel, ähm, noch da wieder Thema Dauerkarte, ähm, wird es wohl so sein, war logisch, aber gehe ich auch davon aus, oder VfB auch natürlich selber kommunizieren, und irgendwann rund ums Saisonende wahrscheinlich drumherum, ähm, dass du deine Dauerkarte verlängern kannst, wie immer, Klassiker, und dann eben jedem Dauerkarteninhaber das Angebot gemacht wird, ey, hier Bundesliga-Dauerkarte, und hier auch, selber Platz, selbe Dauerkarte, für die Champions League obendrauf zu kaufen, jeder, jeder wird das normalerweise machen, so würde ich mal sagen, außer bei irgendwegen spricht was dagegen, finanziell, oder Dienstag-Bitwoch-Spiele sind scheiße, ne, wie auch immer, aber das ist auch für jeden Dauerkarteninhaber wieder sehr, sehr wichtig, und sehr, sehr richtig, ähm, dass die dann quasi wie im Pokal auch schon immer sich seinen Platz auch nochmal sichern können, auch nochmal vor allen anderen sichern können, der Rest dann wieder in irgendwelche Mitgliederverkäufe und sowas, ähm, und das wird auch da wieder Vogelwild werden, ähm, auch da wieder Thema Ticketsystem, bin ich auch gespannt drauf, weil der VfB meinte ja, dass sie was verändern wollen, was verbessern wollen am Ticketsystem, zur neuen Saison auch dazu kommunizieren wollen, ähm, weil dann, wenn da in den Champions-League-Spielen verkauft geht, dann hast du wieder 200.000 Watteschlangen, jetzt wird der komplett gestört, von dem her, auch das, ähm, und was natürlich auch ein bisschen Thema war, ist Thema Stehplätze, die haben wir ja aktuell in der Champions-League, aber wenn die eben wegfallen würden, würden ja auch einige, äh, Karten in der Kurve als Stehplätze eben wegfallen, weil du logischerweise viel weniger Sitzplätze hast, die es dann sein müssten, statt Stehplätze, ähm, aber auch da kann man wohl so ein bisschen beruhigen, zumindest gab es das hier von Stadionwelt, äh, zum Beispiel mal einen Artikel, ähm, was den Frauenfußball angeht, die Frauen-Chemain-League angeht, ähm, da wird es weiterhin Stehplätze geben, ne, was ist auch in Dortmund, glaube ich, auch gehabt, in München auch gehabt, da klappt es ja alles problemlos, ist aber auch, glaube ich, nur so Testphase mäßig, aber da kann man jetzt, wenn man hier schon sieht, beim Frauenfußball, ist es für die kein Stress, dass Stehplätze da sind, kann man, glaube ich, sehr drauf hoffen, auch das ist natürlich für die Stimmung viel geiler, wenn du halt die Menge an Stehplätzen da drin hast, statt eben die Menge gefühlt halbiert, oder geviert, oder sowas, ähm, und dann nur noch eben in Sitzplätze, natürlich auch für die Stimmung und sowas, für das Gesamtambiente viel geiler, wenn du Stehplätze hast, ich glaube, darauf kann man uns auch, äh, kann man auch hoffen, oder, ja, berechtigt hoffen, dass das weiterhin so bleibt, dass du eben, ähm, ja, Stehplätze haben wirst in der Champions League, Hoeneß auch jetzt schon Bock, hat auch für PK schon gesagt, es knallt jetzt schon in Heimspielen, er will, er will quasi, also, er ist sehr gespannt, wie es dann überhaupt knallen wird in der Champions League, wenn es jetzt schon so knallt in der Bundesliga, so, ähm, auch da wieder Thema auswärts, ich hätte Bock da hinzufahren, es bleibt auch schon immer als VfB-Fan, generell, ähm, absolut Bucketlist, absolut, ja, Lebensziel übertrieben gesagt, ähm, einmal mit dem VfB irgendwo europäisch hinzureisen, eigentlich dachte ich immer, ey, ist mir kacke gar nicht, fahre auch in irgend so ein Dorf für die Conference League, jetzt ist sogar, oder für die Euro League, jetzt ist es sogar Champions League, das war absolut Wahnsinn, aber da bin ich auch sehr gespannt, wie es da aussehen wird, wie man da an Karten kommen kann, ob man da an Karten kommen kann, ne, das wird glaube ich alles andere als einfach, ähm, ne, über irgendwelche VfB-Verkäufe offiziell, dann erstmal auswärts, also ich überlege gerade nur so ein bisschen Brainstorming, Auswärtsdauerkarten, da Fanclubs, da aktive Fanszene, Ultras, dann kriegst du in der Champions League glaube ich auch nur, oder musst du in der Champions League glaube ich auch nur, 5% geben, statt 10% vom, äh, ja, von der Gesamtkapazität an den Auswärtsblock, das könnte teilweise brutal schwer werden, da muss man vielleicht, ne, siehe Frankfurt und sowas, bisschen kreativer werden, vielleicht dann doch für ein paar Euro mehr Mitglied werden, bei irgendeinem Heimverein, dann wenn irgendwann feststeht, wann du wo spielst und sowas, und über den Heimverein vielleicht an Karten kommen, beispielsweise Real Madrid, wenn die gegen VfB spielen, in der, in der Liga-Phase, Gruppenphase, kannst du vielleicht noch irgendwo eine Karte abschnorren, das juckt die nicht großartig, für die wird es gefühlt erst ab Halbfinale spannend, ne, so Geschichten, ähm, da wird man wahrscheinlich schon Wege und Mittel finden, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, das Ganze zu versuchen, nächste Saison, und auch da schon generell, auch das will ich jetzt gar nicht länger drauf, drauf eingenommen, auch das schon generell, nächste Saison wird er alleine schon dadurch absolut überragend, also ich sag mal ganz simpel, solange die nicht absteigen, wird das ne, wird das ne grandiosse Saison, du hast mindestens, mindestens, ich hoffe da so ein bisschen, ja, erhofft mir so ein bisschen, vielleicht diese Playoff-Dinger, also in den ersten acht, neun Landen, um direkt durchzukommen, halte ich für unrealistisch, logischerweise, aber vielleicht kommen so diese Playoff-Spots, und hast da vielleicht keine Möglichkeit, in den Achtfinal zu kommen, oder sowas, das wäre schon sehr, sehr geil, also halt durch die Liga-Phase durchzukommen, wäre, wäre absolut geil, ähm, aber, ne, wir haben mindestens acht fucking, Champions-Sieg-Spiele, so, das ist ergebnisunabhängig grandios, mein, mein, mein Ziel so ein bisschen, also, deswegen will ich auch gar nicht so lange drauf eingehen, weil es ja alles noch so viel Unklarheit da ist, mit wer bleibt, wer geht und so, ne, die Planung im Sommer, wie viel kann ich investieren, und bla bla bla, Transfers, Kader und so weiter und so fort, ähm, aber so ein bisschen, sag ich mal, Ziel einfach irgendwo, ja, Nähe, oder am besten einstelliger Tabellenplatz, Platz neun, Platz acht oder so, wieder mit, mit Ambitionen, und wenn ein paar Spiele gut, laufen, oder vielleicht hier und da mal, eine Siegesserie starten kannst, dann wird er wieder mit Hoffnung auf Europa, auf Platz sieben, auf Platz sechs oder sowas, ne, das wäre so ein bisschen die Hoffnung, ähm, wenn es am Ende Platz zwölf wird, ja, mein Gott, dann ist es so, wir dürfen auf jeden Fall aufpassen, nicht in irgendwelche Champions-League-Fallen, rein zu tappen, rein sportlich, CEO Union, äh, rein finanziell, auch das so ein bisschen, CEO Union, oder rein Transfer, äh, Aktivitäten im Sommer, da haben wir auch, können wir auch ein Lied von singen, dass du dann hier und da mal ein bisschen über deinen Verhältnissen lebst, äh, wie gesagt, auch das ist so ein ausführlicheres Thema, aber hier, ergebnisunabhängig, sag ich mal, nächste Saison acht Champions-League-Spiele, die Saison kann nur grandios werden, diese Abende werden grandios werden, ne, äh, Vorbild ist jetzt auch falsch, aber Beispiel Frankfurt, ich glaube, auf dem Level wird das zünden, Kurios, whatever, Einnahmen, auswärts, Karawanen, bla, 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 Stimmung, alle in weiß, es wird komplett gestört werden, im positivsten Sinne, auch hier, Hönes auch schon gesagt, die Stimmung im Training war gelöst, aber aus der Spielerkabine die Champions-League-Hymne gehört, und das muss auch so sein, es ist sehr, sehr geil, alles, das Gesamtgefühl VfB, das Gesamtgefühl VfB ist absolut geil, und auch das hier gehört zum Gesamtgefühl VfB, was ich jetzt hier vor mir habe, nämlich die VfB U19, spielt ja durch, dadurch jetzt auch in der Youth League, in der Champions League quasi, in der Jung- und Wild-Champions League, sage ich mal, was auch sehr, sehr geil ist, für die Jungs, für unsere Talente auch, das war ein Argument, um Talente zu halten, und neue Talente dazuzuholen, dass sie eben da zocken können, in so einem geilen Wettbewerb, da war jetzt auch Mainz letzte Saison, richtig, richtig am Radau machen, in dem Wettbewerb, also auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch sehr, sehr besonders für die Jungs, haben wir auch so ein paar Überflieger dabei, jetzt hier mal zum Beispiel, in der B-Union Mannschaft, hier Dona, 24 Tore, 15 Assists, hat der VfB-Nachwuchs erst gepostet, Zikkas, oh Gott, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, 23 Tore, 8 Assists, also da haben wir auch ein paar Baller am Start, große Talente am Start, also auch sehr besonders für die, das ist das Thema Youth League, und zum Schluss noch das ganz kurz, wo auch das kurz aufkam, T-Shirts, nach allen Scheißen jetzt auf die Reise, T-Shirts Stuttgart, kam jetzt raus vom VfB, der erste Merchartikel in die Richtung, kam jetzt raus, ja, schön ist was anderes, sage ich mal, schön oder besonders, oder aufwendig, oder toll ist es was anderes, ist alles Geschmackssache, auch das, fair, für 25 Euro, weiß ich, ob das sein muss, 23,75 für Mitglieder, nee, ich glaube, da gibt es einige, einige andere, ja, Merch-Anbieter, wie auch immer, das wird der Anfang gewesen sein, das würde ich damit sagen, so, das wird der Anfang gewesen sein, da wird einiges an Merch kommen, auch für die neue Saison, auch für eine Fanszene, von Shops wie bei uns hier, oder bei mir hier, mit Mysto-Shop, wo ich immer ein paar Geschichten auch habe, da wird einiges kommen, und was sie damit ein bisschen rausgerettet haben, das wunderschöne kleine Trainingsfoto, von den Jungs, Anton Grinsen, Grasic, Grinsend, Undaf und so weiter, eben alle mit dem Shirt an, hat es ein bisschen rausgerettet, das T-Shirt tatsächlich, von dem her, ja, das war, war eine schöne Woche bis hierhin, mit der Champions League und so weiter und so fort, nach dem Leverkusen-Spiel, und jetzt fehlt nur noch Bayern. Und dann ist es mal angekommen, beim letzten Thema, nämlich dem Spiel gegen Bayern, der Vorausblick darauf, in dem Video ist es hier, oder in dem Podcast hier, der ist auch wieder, ja, doch ein Stückchen länger geworden, als ich erwartet hätte, aber so ist es, der Partie, glaube ich, verhältnismäßig kürzer, im Vergleich zu Leverkusen, und dann Champions League-Hype, und Champions League-Feier-Reihen, ja, kurz wieder PK und Kader, Massimo fällt mit muskulären Problemen, für das Wochenende aus, gut, der hat für mich eh keine große Rolle mehr, in meinem Kopf, oder in meinem Kopf, im Kader im Kopf, so rum, die Großen natürlich, Mio, Mittelstadt, beide fünfte gelbe Karte fehlen, Eckloff weiter, vielleicht Wagnmann, Zagadou, Nathai, kann man schnell abhaken, Hönes vor dem Spiel, hat auch Nübel nochmal gelobt, überragendes Spiel gemacht, in Leverkusen, bislang eine super Trainingsbauer gehabt, und ist guter Form, ist für uns ein großer Faktor, und ein Top-Rückhalt, kann man absolut so mitgehen, die Champions League hat natürlich auch verfolgt, ist auch ganz klar, unglaublich, dass wir jetzt Champions League spielen werden, sagt er, ist was ganz Besonderes, dass es gestern so entschieden wurde, ist natürlich komisch für uns, sagt er natürlich auch dazu, wie gesagt, im Thema auf dem Sofa erreicht, aber erinnert für ihn nichts an der Freude, und auch hier nochmal, wie immer, schöne Hönes-Ansage, wir wollen aber noch mindestens drei Punkte holen, und Platz vier sichern, damit wir sagen können, wir haben es auch aus eigener Kraft geschafft, sehr, sehr schön, wichtig und richtiges Statement, da gehe ich komplett mit, noch ärgerlich, wie gesagt, die Stimmung ist gelöst, ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir irgendwas abschenken, letzten Spielen, dafür gibt es auch keinen Grund, wir haben nicht mehr den Druck, klar, aber das Ziel, aus eigener Kraft mindestens vierter zu werden, oder Platz drei zu verteidigen, steht, da habe ich auch gar keinen Stress, oder gar kein Problem, oder kein Gefühl von Problem, dass sie jetzt in irgendeiner Form, da irgendwie abschalten, oder so, nur weil wir jetzt den Champions League offiziell haben, gerade eben auch nicht, wenn es jetzt gegen die Bayern geht, zum Beispiel noch, zu den Bayern sagt Tönes auch, bin mir sicher, dass die Bayern schon auch das Rückspiel gegen Real Madrid im Kopf haben, und das auch in ihrer Aufstellung gegen uns berücksichtigen, aber egal, egal in welcher Konstellation, es wird eine Top-Mannschaft auf dem Platz stehen, auch das dürfte uns, glaube ich, allen klar sein, beim VfB, Startelf-Tipp, können wir ja schon so sagen, es stellt sich quasi von selber auf, in der Viererkette, ja, Nübel, Ito links dann eben, für den Mittelstädt, Rohr rückt wieder rein, Anton rechts stärker, Stelgio weiterhin, Stiller kommt zurück ins Mittelfeld, Stiller und Karasor, vorne dann weiterhin führe ich unter Fleveling, Gerasi, sehe ich keine große Veränderung, Mio natürlich wieder einer, dann eben auf die Bank ausweichen muss, bei den Bayern könnte es sein, dass einige auf die Bank ausweichen müssen, das ist auf jeden Fall interessant, die werden da vielleicht sogar so ein bisschen mit einer B-Elf, anlaufen, bei dem jetzt ja eh, ist ja eh Vogelwild bei denen gerade, mit der ganzen Trainer-Thematik und sowas, sogar die Gerüchte, dass vielleicht Torrl doch sogar weitermachen könnte und sowas, irgendwie schon drei Absagen bekommen und so, sind wir bei Trainerlösung D oder E, wirklich Vogelwild, weil wir für so ein Verein, von der Größe von Bayern München, das ist Vogelwild, was da abgeht aktuell, und da natürlich auch ganz klar, Liga ist eh egal, ich sehe diesen zweiten Platz auch nicht mehr, die werden ihre Spiele auch hier und da gewinnen, dass wir nicht mehr auf den zweiten Platz kommen können wahrscheinlich, denke ich mal, Stand jetzt, der Fokus ist klar für Champions League, so Hinspiel war, war ein gutes Spiel von den Bayern, Unschieden geholt, war sogar ein Sieg drin, Rückspiel in Madrid wird schwer, aber da ist der Fokus ja komplett drauf, und so wird es ja auch schon berichtet, auch von der PK her und so Geschichten, wer alles so ausfallen könnte, wer alles so nicht mitkommt, der Licht ist nicht ready, ist nicht fit genug, es wird, ja, Sané wird wohl mitreißen, aber spielt, keine Ahnung, ein Moussela wird gar nicht erst im Kader sein, du hast auch einen Obermeccano, der fraglich ist und so, schon auch schön gesehen, vorne drin mit dem Chupo Muting und so Geschichten, also die könnten schon so ein bisschen mit einer B11 anreißen, aber das heißt natürlich absolut alles nicht, wie Hüls ja auch schon gesagt hat, dass da jetzt auf einmal irgendeine random Truppe kommt, da kommt immer noch B11 Bayern München, also da darf auch keiner unterschätzen oder uns dann in dem Vergleich überschätzen oder wie auch immer mit einer gesunden Vorfreude, da kommen wir gleich noch drauf, im Ablauf hier noch zum Schluss, gesunde Vorfreude, gesunder Hype, gesunde Optimismus, aber jetzt nicht reingesagt, komm, wir zocken mit der B11, die schlagen wir ja locker, weil das ist dann auch wieder, ja, eine gefährliche Herangehensweise vielleicht, aber bevor es dazu kommt, wie immer auch hier zu den Bayern, auch nochmal die Daten aus dem Podcast statt, auch da wie immer schon Donnerstagabend online, Donnerstag Nachmittag online, das gerne hören, das ist natürlich auch viel mehr als nur hier meine Daten, aber hier für mich ziehe ich die Daten raus, die ich recherchiert habe, noch das 110. Duell der beiden Mannschaften in der höchsten deutschen Spielklasse, nur zwei Paarungen gab es in der Historie noch öfter, alleiniger Rekord haben wir in den Zuschauerzahlen, über 6 Millionen Fans kamen bisher zu den Begegnungen, auch bockstark, also ins Stadion, es gab bisher 66 Heimstüge gegen die Bayern, 18 Mal VfB, 10 Mal Unschied und eben auch 38 Mal die Bayern, also pleite für uns, letzter Heimsieg gegen die Bayern von uns 2007, hat man Meisterschaft, aber eben auch die Saison darauf, ein 3 zu 1 Heimsieg 2007, seitdem 16 sieglose Spiele, zwei Unschieden, 14 Mal verloren, Zeit für eine Änderung auf jeden Fall, auch das habe ich auch genauso formuliert, muss man auch so formulieren, beide Teams stehen tatsächlich, nach 31 Spieltagen, einfach als Tabellenachbarn da, jetzt hättest du vor der Saison auch keinem Menschen erzählen können so, Platz 3 gegen Platz 2, 64 zu 69 Punkte, deswegen das 5 Punkte dazwischen, mit 9 Punkten Rest, ich sehe es nicht, dass wir uns den zweiten Platz noch holen, aber das ist ein anderes Thema, Heimtabelle, Platz 3, Ausstabelle, Platz 3, Rückrundtabelle sind wir sogar favorisiert, Platz 2 gegen Platz 5, und eben auch das, ewige Tabelle der Bundesliga-Geschichte, Platz 4 gegen Platz 1, auch das ein großes Duell, Bayern weiterhin wertvoll zur Kader der Liga, wir auf Platz 5, hier gibt es sogar wieder ein bisschen Ex-Material, sage ich mal, Tuchel, Ulreich, Kimmich und Gnabry bei den Bayern, bei uns natürlich Hoeneß, Nübel, Stille und auch Jong, auch auf Spielerebene gibt es Duelle, vor allem eben Offensiv, Gerasi und Unterstimmen zusammen bei 43 Toren, Kane, Musiala zusammen bei 45, also Top-Duo ist immer noch ein Rennen da vorne, Kane, der 95 Millionen Mann, steht bei 35 Toren in 31 Spielen, Gerasi bei uns so oft wie er gespielt hat, 25 Mal in der Bundesliga, Bayern auch die meisten Tore erzielt, 89 Stück, wie er auf Platz 4 70 Treffer erzielt, eben auch dann, vielleicht auch dadurch ein bisschen erklärt, das Duell mit der besten Chancenverwertung, wenn man rein darauf schaut, wie viele Torschüsse braucht es, bis der Ball drin ist, und da ist bei uns eben 11,6 Prozent der Torschüsse, werden am Ende auch ein Tor, bei Bayern 11,4 Prozent, Bayern-Teams hat bisher gleich wenig Gegentore kassiert, 38 Stück, geteilter drittbester Platz in der Liga, beide zusammen damit auch, Bundesliga-Vergleiche, wie man es kennt vom VfB gegen Bayern, Platz 3 gegen Platz 1, also VfB auf der 3, Bayern auf der 1, Ballbesitz auch, Platz 3 gegen Platz 1, Passgode, Ballbesitz da gleich, insgesamt gewonnene Zweikämpfe, Platz 5 gegen Platz 4 auf Augenhöhe, niedriger in der Tabelle bei den Kopfballduellen, Platz 14 gegen 16, aber auch das wird da auf ähnlichem Niveau, faires Spiel könnte es wieder werden, was die Karten angeht, Platz 16 gegen Platz 18, VSM Gegner 15 gegen 17, Laufdistanz sind wir, der Tabellendritte deutlich stärker, Platz 10 gegen Platz 18, ein bisschen mehr Aufwand, auch bei den intensiven Läufen so, 11 gegen 18, und bei den Sprints oder auf Augenhöhe, Platz 11 gegen Platz 12, und eben auch mit den Vorschusslorbeeren, der VfB hat jetzt schon die Champions League Qualifikation sicher, hätte man eben auch sicher machen können, gegen die Bayern, mit entsprechenden Punkte eben, oder entsprechenden Nicht-Punkte von Dortmund und so weiter und so fort, wenn es noch um Platz 4, statt um bis zu Platz 5 gegangen wäre, für unsere Fans in unserer Arena immer ein Highlight, hat auch schon Stiller gesagt, absolut, das wird absoluter Vollwahnsinn, gleich komme ich noch eher in Richtung Prognose und Schwelgen und Vorfreude, wie auch immer, aber, sehr interessant, wer nicht ins Stadion kann, oder keine Karten bekommen hat, oder wie auch immer, das Spiel kommt sogar im Free-TV, auch auf Sky, aber auch im Free-TV, Run Sat.1, bei Sat.1 läuft das Spiel kostenlos, im Free-TV quasi, ja, auch im Live-Team-Off-Join hier scheinbar, in der Run-App, wie auch immer, aber das Spiel haben die wohl irgendwie, haben irgendwie ein, zwei pro Hin-Rückrunde, glaube ich, da bei uns da hinspielt, glaube ich, auch so ein Free-TV-Spiel, das ist Sonntag 19.30, Ding da in München, ja, und auch das jetzt hier, Samstag 15.30, Primetime-Bundessieger-Entertainment, sag ich mal, ist sogar kostenfrei zu empfangen, oder kostenfrei anzugucken, auf Set.1, anders als bei Sky und sowas, auf jeden Fall, sehr, sehr geil, auch sehr, sehr geil, die Regel vom VfB, die es jetzt hier offiziell schon gemacht haben, auf der Website zum Spiel, quasi Infos zum Spiel, in Trachtenkleidung erhält man keinen Zutritt, so kann schon der Kurve, es besteht keine Möglichkeit auf Tauschkarten, es ist ja gerade Frühlingsfest, auch das, ich hoffe, es hält sich ein bisschen in Grenzen, weil es ja ein 15.30-Anpfiff ist, damit eine relativ frühe Heimreise ist, oder wie auch immer, aber S-Bahn-Fahren generell, oder auch VfB-Spieltanke an Vasentagen, kann schon mal sehr ausatmen, schon sehr nervig werden, vielleicht hört man es jetzt hier auch schon ein bisschen raus, ich bin kein großer Vasen-Fan, was das angeht, oder Zelt-Fan, oder wie auch immer, es entspricht irgendwie meinem Naturellen nicht so ganz, sag ich mal, aber deswegen finde ich auch die Regel gut, dass da keine, ja, was weiß ich, beispielsweise, ist auch ein Klischee, aber beispielsweise, irgendwie besoffenen, in Trachtenkleidung, irgendwie in die Kurve dann stolpern, deswegen finde ich es auch gar nicht so verkehrt, diese Regelung, und auch das wird sehr interessant, es gibt eine Demo zum Stadion, hat schon, Kommando Kansch hat die Kurve schon ein bisschen länger angekündigt, Demo zum Stadion, natürlich in diesem ganzen Ding von, es reicht, Aufsichtsrat, Investoren, Präsidium und sowas, hier Vogt, Aten raus und sowas, Ritmole ist ja schon raus, in dem ganzen, ja, Flow, sag ich mal, in dem ganzen Ding, mit der Message, sag ich mal, gibt es eine Demo zum Stadion, also quasi eine Karawane, aber, ich denke mal, auch mit hier und da normalen VfB-Fan-Gesängen, vielleicht, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine VfB-Fan-Demo zum Stadion mitgemacht, keine Ahnung, was man da genau erwarten darf, aber eben, vor allem Gesänge, wie auch jetzt schon ein paar Mal gehört hat, in den ersten 10 Minuten, in den ersten 15 Minuten, oder aber 12 Minuten, so Geschichten, mit so ein paar Gesängen, die ein bisschen umgedichtet wurden, und sowas eben in Richtung Präsidium, Aussichtsrat, Investoren und so weiter und so fort, aber da so ein bisschen Karawane, mit ein bisschen, ja, Karawane mit Beigeschmack, so ein bisschen, sag ich mal, startet 13.45 Uhr, am Carré-Kreisverkehr, in der Daimler und Deckerstraße, Treffung 13.15, Start 13.45, wer da mitlaufen will, vor dem Spiel, Anpfiff ja 15.30, und, ja, gehen wir in das Spiel rein, gehen wir in die Prognose so ein bisschen rein, ist ja auch schon mal Vogelwild, dass wir einfach von den, ja, Wettmachern, den Buchhaltern, wie auch immer, Favorit sind, ne, und das noch in der Kombination dazu, die Bayern waren Favorit gegen Real, 2,5er Quote, Real 2,65er Quote, Unschieden noch höher, auch hier Unschieden deutlich höher, und VfB 2,2 Quote, und Bayern 2,9 Quote, jetzt hier zu dem Stand von dem Tweet, dem Screenshot hier, weiß nicht, ob es jetzt noch groß entwickelt hat, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall immer noch Favorit, Zahlen weiß nicht genau, wie sie aktuell sind, wir sind Favorit gegen die Bayern, die noch vor ein paar Tagen Favorit gegen Real Madrid waren, das ist schon absolut krass, was uns da selbst die Buchmacher schon, schon quasi gut schreiben, ähm, und dann gehen wir, gehen wir rein, wie gesagt, das nochmal kurz sachlich, wie auch immer, ähm, Tuchel plant, oder König so ein bisschen B-Kader an, ja, aber trotzdem unterschätzen, immer aufpassen, und in München, wo ich auch mit dabei war, vor Ort war, das war die wohl klarste Niederlage in der Saison, da hast du kein Land gesehen, ähm, von Minute 1 an nicht, ne, auch schon Führer hinten gelegen und sowas, das brauche ich nicht nochmal, das war auch die ernüchterndste, das ernüchterndste Stadionerlebnis, weil auch da ja schon hingefahren bist, mit dem Gefühl von, ey, vielleicht geht das sogar was, ne, in den letzten Jahren sogar mal hier und da ein 2-2 geholt, ne, vielleicht geht das sogar was in München dieses Jahr, oder noch mehr vielleicht sogar, und dann ging da überhaupt gar nichts so, das ist komplett verkraftbar, so, ich, gar kein, gar kein böses Blut, äh, zu der Leistung von damals im Dezember, aber das hat natürlich schon ein bisschen weh, vor allem, wenn man eben da auch noch hinfährt für, auf den Sonntagabend, ähm, aber, die Jungs, glaube ich, und auch die Fans, sowieso, werden im positivsten Sinne Gift und Gallisch spucken, nach dem Unschieden, äh, Unschieden, perfekt, nach der Pleite in Bremen, was auch Unschieden hätte sein können, und eben, auch vor allem Leverkusen, auch bei Bremen so ein bisschen, schiere Entscheidung, aber vor allem bei Leverkusen, beide Spiele, wirklich eklige Spielverläufe, auch hier und da dann mal, ähm, wie gesagt, auch die Fans starten rein, mit so einer kleinen Demo-Karawane, wie gesagt, die muss jetzt gar nicht den Push in Richtung VfB geben, sondern eher Push in Richtung El Präsidium und sowas, aber, trotzdem dieses Gefühl von, ne, ne, eine Masse, mal gucken, wie groß die ist morgen, keine Ahnung, aber, die, oder heute, äh, wie groß diese Masse sei, wenn die da hingeht, wirklich auf, zur Karawane, zur Demo-Karawane, ne, ist ja auch klar, ähm, aber trotzdem, das pusht noch mal mehr, als wenn alle irgendwie verteilt im Stadion gehen, also das automatisch, pusht das noch mal mehr, da werden morgen alle, heute, äh, heute, alle komplett auf Level sein, wenn es in dieses Spiel geht, komplett auf Level, das wird brutal, brutal geil, die Bayern auch hier, gewinnt eure Champions League von mir aus, wenn es sein muss, vor allem in dem Vergleich eben dazu, dass ihr jetzt bei uns gewinnt, es ist auf jeden Fall kein Nachteil, dass wir in diesem Real und Champions League Sandwich sind, auf jeden Fall kein Nachteil, da schmeißt ja wohl so ein bisschen eine B-Truppe hin, auch die ist, wie gesagt, gut genug, um uns zu schlagen und uns zu ärgern, und auch die werden Bock haben, ne, ist ja trotzdem noch ein Duell mit dem VfB, der so ein bisschen für die ja aufmuckt, sag ich mal so ein bisschen, äh, die werden auch da Gas geben, die Jungs, die da spielen, auch die vielleicht dann hier und da mal nicht so die große Chance, bekommen mal, oder nicht so oft die Startelf sehen, äh, auch die werden motiviert sein, ist klar, deswegen musst du aufpassen, gierig bleiben, da sehe ich kein Problem, wir werden gierig bleiben, zu 100%, auch nach der Höhnex-PK bin ich mit da 100% sicher nochmal, ähm, und morgen, oder heute, ich bin immer falsch, aber habe auch hier im Skript morgen geschrieben, da nehme ich mir die Schuld, ein bisschen von mir gerade, aber nur abgelesen hier, ähm, die Chance ist so hoch, wie seit, wie gesagt, 2007, seit damals, seit Jahrzehnten damit, so hoch, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr war, die Bayern zu schlagen, zu Hause, die Chance ist so hoch, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, mein Glaube daran ist auch brutal groß, seit Wochen brutal groß, dass wir die Bayern zu Hause schlagen, und, ja, das soll ich sagen, die Vorfreude ist seit Wochen riesig, die Lust ist seit Wochen riesig, jetzt eben auch mit diesem, mit diesem Gefühl von, dieser Champions League Beflügelung, und ich glaube auch damit, irgendwie gesagt, Gift und Galle aus, also ein bisschen Bremen, aber vor allem volle Lade, Gift und Galle nach Leverkusen, so hat es ja auch gewirkt, Mannschaftskreis, die Interviews, ne, da ist Vollgas, Trainingswoche und sowas, und jetzt eben auch gegen die Bayern, da brauchst du sowieso keinen motivieren, das ist einfach, eins der Spiele der Saison, ist auch ganz klar, Heimspiel auch noch, ausverkaufte Hütte, alle komplett auf Sendung, alle auf Ladung, alle auf Spannung, das wird komplett Schäppon, das ist halt, da kommen halt zwei Sachen zusammen, es ist ein Schäppon, die zocken gegen die Bayern, und die können die wirklich schlagen, plus das Nebenscheppon von, ey, geil, diese Woche mal Champions League klar gemacht, singen wir mal darüber auch noch ein paar Gesänge, das wird, hoffe ich mal, oder gehe ich fest davon aus, gegeben ist ja nie was, aber ich gehe fest davon aus, dass sich da einiges, einiges Brutales entladen wird, in diesem Spiel, vor allem stimmungsmäßig eben, wir hoffen, dass das Spiel auch funktioniert, oder Spielverlauf und sowas, das Sportliche funktioniert, dass eben auch dadurch, das Ganze doch mehr auf Level gehalten wird, logischerweise, aber ich glaube da wirklich fest daran, dass wir was holen können, oder die Bayern schlagen können, gehen wir mal den Schritt weiter auf jeden Fall, und das wird brutal, die Vorfreude ist brutal, und auch das sehr schön, als Sky berichtet, gab vom Schwabensturm einen Zettel, oder einen Brief, an die Mannschaft gewidmet, hab hier mal nur die Stellen rausgenommen, die aus dem Brief sind, den ganzen Rest von Sky, die Fülltexte ein bisschen raus, normalerweise würden wir uns nicht auf diesem Weg an euch wenden, aber was ist in diesem Jahr schon normal, was ihr diese Saison leistet, ist außergewöhnlich, und schon jetzt könnt ihr stolz auf euch sein, zusammen sind wir Fans, mit den allermeisten von euch die letzten Jahre, durch die Scheiße gegangen, um jetzt von Stuttgart international träumen zu dürfen, jeder einzelne eures Kollektivs, ist in unseren Augen ein Teil von diesem großen Erfolg, erste Urlaube werden schon umgeplant, Jobs gekündigt, oder Teilzeitarbeit beantragt, Pläne verschoben, Überstunden abgebaut, und das Ganze ersparte geplündert, alles nur um diese magischen, internationalen Lechte gemeinsam zu erleben, erlebt gemeinsam mit uns nächstes Jahr, etwas Unvergessliches, wenn 20.000 VfB, Las Bernabeu und Madrid einnehmen, sich in Mailand vorm Dom versammeln, und dann das magische San Siro zu unserer Festung machen, und werden einen Teil von etwas ganz Besonderem und Großem, wir wissen alle, wie der Fußball inzwischen geworden ist, und das Geld eine große Rolle spielt, aber sicher nicht die größte, auch wir haben Verständnis, wenn ihr eine einmalige Karrierechance bekommt, und Real Madrid oder FC Liverpool anklopft, aber wir wollen euch eine Frage stellen, Wenn eure Karriere irgendwann endet, was wird euch mehr mit Glück erfüllen? Entweder ein paar Reihen mehr auf dem Konto, oder zu wissen, man hat mit der eigenen Leistung das internationale Geschäft erreicht, und gemeinsam im Kollektiv die Reise weiter bestritten. Womöglich führt uns die Reise durch eine ganz besondere weitere Saison, sicherlich aber verewigt sie euch für immer und ewig in den Herzen unserer Stadt und unseres VfB Stuttgart. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise, wir werden dabei sein, und wir hoffen ihr auch. Boah, boah, also gerade gegen Ende ist das schon Gänsehaut. Dieser letzte Satz vor allem, wir werden dabei sein, also nach all der Scheiße geht's auf die Reise, wir werden dabei sein, und wir hoffen ihr auch. Das geht runter, boah, das schiebt gefährlich an. Sehr schöner Brief, sehr schöner Text an die Jungs. Ja, auch da ist eigentlich ein Thema für Transfers und sowas, aber auch da habe ich ein ganz generelles Gefühl, wie sich ein Hoeneß äußert auf der PK zum Beispiel, wo er sagt, ja, ich wechsle nicht, sonst hätte ich meinen Vertrag nicht verlängert, ich glaube, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Wink in Richtung von denen, die verlängert haben, da haben wir, ey, Jungs, verlängert, klar, aussieht Klausel, aber ey, wer hier verlängert, der geht nicht schon im Sommer, ne, auch Thema Führig und sowas. Andere auch, ich glaube, mit Anton war es ein paar Mal in Karas, wo war es ein paar Mal, ich sage, ey, ich weiß natürlich nicht genau, Fußball ist ein wildes Geschäft, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass hier einige zusammenbleiben wollen, Nübel, der Bock hat bis zum Gehtnichtmehr, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir den Großteil der Jungs zusammenhalten können, für Champions, wie gesagt, aus meiner Fansicht, aus unserer Fansicht, ist ja sowieso ganz klar für mich, warum soll ich wechseln, warum zum Fick soll ich wechseln, ich bleibe da, mindestens die Saison, von mir aus sage ich auch, ey, Hinrunde war komplett scheiße, dann gehe ich halt im Winter, die haben ihre Ausstiegsklauseln doch für jeden Zeitpunkt wahrscheinlich gefühlt, und dann gehe ich halt im Winter von mir aus, wenn es dann so schlimm ist, dann finde ich immer noch einen guten Klub für mich, aber das jetzt erreicht, nach all der Scheiße, nach den ganzen Saisons und so Geschichten, die haben abends auch miterlebt und sowas, wurden immer gepusht von den Fans, von uns Fans, ich, also, wäre ich Sportler, klar, ist Fanbrille und sowas, aber wäre ich da VfB-Spieler aktuell, würde ich den Teufel tun und im Sommer schon jetzt auf Krampf den nächsten Schritt gehen, ne, der ja auch nie garantiert funktioniert, ne, also von dem her, gehe ich da mit dem Brief mit und vor allem dieser letzte Abschnitt ist halt absolut überragend und zum Abschluss mein Tipp, 3 zu 1 gegen die Bayern, wir holen das Ding, wie eben auch, wenn mir gerade das auch war, gar nicht gewollt, aber wie eben auch damals, 2007, 3 zu 1, restlicher Spieltag, Hoffenheim ist schon durch, habe ich auf Leipzig getippt, ist 1 zu 1 ausgegangen, was natürlich für uns top ist, damit ist Platz 3 nochmal eine Runde sicherer geworden oder zumindest, ähm, ja, Leipzig nicht so nah ran, Dortmund 3 zu 1 gegen Augsburg, Wolfsburg 2 zu 1 gegen Darmstadt, Bremen 2 zu 1 gegen Gladbach, Bremen international, ja, Donnerstagabend, Weserstadion, wir, wir werden sehen, so, Köln 2 zu 1 gegen Freiburg, ich muss die Hoffnung irgendwie aufrechterhalten an, an Köln, auch wenn wahrscheinlich selbst die Siege von denen zu, zu wenig sein werden, Union 1 zu 1 Bochum, ist ein Kracherspiel, ist ein sehr großes Spiel im Abschiedskampf, Frankfurt, Leverkusen 2 zu 1, da ist es, zack, ich werde jetzt konsequent gegen Leverkusen tippen, aber in dem Fall glaube ich sogar recht viel daran, sag ich mal, also komplett daran, ist ja Quatsch in so einer Leverkusensaison, aber glaube ich sogar recht viel daran, Frankfurt kann im Heimspiel ein bisschen was entwickeln, ähm, vielleicht haben die ja sogar auch noch eine Chance, wenn sie auf Platz 6 bleiben, wenn sie behaupten müssen, ähm, ja, Thema Champions League, ne, wir glauben, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, spielt Frankfurt auf Platz 6 oder spielt der Platz 6 auch Champions League, ne, auch das ist ein Thema, die werden auch mit, ja, mit Motivation reingehen, die endlich mal zu schlagen, Leverkusener, und eben vor allem, dass Leverkusen jetzt natürlich auch wieder stark gewesen in Rom, kann man auch nicht anders sagen bei der AS Rom, ähm, aber da ist kein Alonso am Spielfeldrand, das kann auch hier und da mal ein bisschen was bewegen, das müsste ja gelbsperrig gewesen sein, ähm, deswegen, ich glaube wirklich, ich habe einen realistischen, einen realistischen Glauben daran, dass, äh, Frankfurt Leverkusen schlägt, so, und Heidenheim 1-1 auch gegen Mainz am Sonntagabend, und bevor ich hier komplett entlasse, ähm, noch zwei Themen, ein kurzes, oder eins, ein persönliches und ein nochmal persönliches, aber auch ein bisschen öffentliches, sag ich mal, ähm, aber das erste war, weil ich es gesehen hatte, auch einen Tweet dazu gemacht habe, ähm, haben viele reingepostet, wo sie dabei waren, auswärts und zu Hause, oder zu Hause und auswärts, bei mir eh klar, überall der Haken da, bei den Heimspielen, ne, ist ja sowieso klar, überall, außer zwar noch in Freiburg, in Mainz, in Hoffenheim, in Frankfurt, ähm, werde noch in Augsburg dann gewesen sein, äh, am Freitag, war auch in Balingen, oder dann eben in Reutlingen, so, das waren meine ganzen Geschichten, nochmal hier, quasi mitnehmen, was hab ich, äh, als Fan quasi, was, wie war meine VfB-Stadionsaison, in dieser, ja, Saison der Vereinsgeschichte, der Besten, ähm, und muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit, bin kein Allesfahrer, bei Gott nicht, ähm, hab auch drumherum immer wieder genug zu tun, ähm, oder genug zu tun, als dass ich sage, ey, dieses Wochenende muss ich nicht auch noch irgendwo hin pendeln, oder wie auch immer, ne, bin eh auch so ein bisschen einer, der halt entspannt mit der Bahn zu seinem Auswärtsspiel fährt, und sowas, ne, ich bin jetzt kein Auswärts-Ultra, oder whatever, natürlich im besten Fall, im liebsten Fall auch die, die entspannten Nahenreisen, ich war auch schon in Berlin, auch schon Dortmund, Schalke, ne, also das nehm ich mir, das hör ich mir jetzt auch nicht an, dass ich kompletter, äh, Komfort, äh, Komfort, Auswärts-Fan bin, ähm, aber ich hab das meiste bekommen, was ich, was ich wollte, versucht hab ich Darmstadt, keine Chance, also über den normalen, Mitglieder verkaufen Karten zu kommen, keine Chance bei Darmstadt, viel zu kleiner Block, ähm, Köln hatte ich, hatte ich versucht, keine Karten bekommen, das war noch ganz cool gewesen am Anfang, Heidenheim, auch das viel zu kleiner Block, äh, auch nicht bekommen, eins aus Dortmund, Leverkusen, hätt gern noch drin sein können, das hatte ich auch noch versucht, ne, Leverkusen, ähm, ja, sei es, hab ich Pokal versucht, weiß gar nicht mehr, aber Liga hab ich auf jeden Fall versucht, hab Dortmund auch, äh, Liga versucht, das Auswärtsspiel, da hätte noch eins mehr drin sein können, also insgesamt aus den Versuchten, die ich hatte, hätte noch eins mehr drin sein können, da würde ich auch noch einmal Glück quasi gefühlt, wirklich die letzten Karten heute zu bekommen, noch einmal refreshed und zwei Karten kamen noch rein, im Falle von Freiburg, ähm, Freiburg auswärts, so, deswegen bin ich mit der Reise von mir persönlich, sag ich mal, ist ja auch alles hier sehr schön dokumentiert, ne, für euch oder für alle VfB-Fans und auch für mich natürlich logischerweise, ähm, ja, zufrieden damit und auch hier am Ende nochmal, was ich sehr schön fand, hat hier der Manu vom, Blickwinkel, äh, den Screenshot gemacht, hab ich dann erst selber auch drauf gesehen, nach dem zweiten, dritten Mal drauf gucken, ähm, unter der VfB-Intim-Folge, der neuen, ist glaub der aktuell zweite oder dritte Kommentar, oder sowas, äh, wenn man noch Likes geht, oder eben nach dem, was angezeigt wird, nach Relevanz von YouTube, ähm, gab's einen Kommentar mit auch wirklich einigen Likes, da ist kein Alleinstehender, irgendwie 160 oder sowas Likes, oder weiß ich, ähm, ähm, so ein bisschen eigenständiger, oder auch eher mit Fanprojekten, sowas natürlich, ähm, und dann kommt auch noch ich, so, das, das, das erfüllt mich irgendwo auch mit Stolz, macht mich sehr, sehr glücklich tatsächlich, muss ich da an der Stelle mal sagen, fand ich sehr, sehr schön, ist nur so ein bisschen eine Kleinigkeit, sag ich mal, aber eine schöne kleine Randnotiz, die ich hier noch ganz am Ende mit reinnehmen wollte, ähm, und dann, wie immer, zu allem von diesem langen Ding hier wieder, auch da natürlich wieder alle Links in der Beschreibung, bla, 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 kennt da alle die ganzen Geschichten, ähm, ich hoffe, ein paar Leute hören sich noch einiges davon an, vor dem VfB-Spiel gegen die Bayern jetzt, übrigens ja jetzt schon sehr früh am Morgen, ähm, aber, ähm, ja, ihr könnt ja auch durchskippen, ne, es gibt ja Timestamps, ne, wer jetzt keinen Bock auf Leverkusen hat, schaut nur Champions League und Bayern, wer keinen Bock auf Bayern hat, schaut nur Champions League Part, ist ja auch da in Ordnung, was dann die Länge angeht, oder die Aufteilung der Länge angeht, ähm, ähm, aber da wie immer auch gerne Kommentare zu allen hier rein, zu Leverkusen, Champions League, zu Bayern, gerne in die Kommentare, und hier, hier wie immer sehr wichtig, gerne kostenlos Like und ein Abo da lassen, richtig und wichtig für uns, für mich, für den Kanal, für uns als VfB-Community, weiter wachsen, ähm, ja, und dann wie immer, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen, hier wie immer viel mehr fürs Zuhören, in diesem Podcast-Format, und bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik